Es gibt irgendeinen dummen, edlen Grund dafür, nicht wahr? Das war ein Zitat von Ginny Weasley. Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Ginny zum... Ich sag nicht mehr so wievielten Mal, weil ich komme durcheinander bei Ginny, weil ich vergesse auch immer die ursprüngliche Ginny-Folge. Jedenfalls besprechen wir heute Ginny im sechsten Buch und der Halbblutprinz. Das ist übrigens ihr fünftes Schuljahr. Stimmt. Ja, das letzte Schuljahr endete mit Ginnys krassestem Abenteuer und dennoch war sie ja im Anschluss daran immer noch sehr bodenständig, irgendwie normal, keineswegs traumatisiert oder anderweitig abgeschreckt. Also sie wirkt auf uns wie ein ganz normales 14- bis 15-jähriges Mädchen. Ja. Obwohl sie ja schon so viel mitgemacht hat. Ja, und ich denke mal, so wird sie auch ihren Sommer verbracht haben. Klar ist da immer so eine ständige Sorge, aber hauptsächlich wird sie ja versuchen, einen normalen Sommer zu verbringen mit der Familie. Wäre da nicht der Streit zwischen Percy und ihren Eltern, der ja immer weiter eskaliert. Ursprünglich haben die ja gestritten, weil Percy nicht geglaubt hat, dass Voldemort zurück ist. Nun, das lässt sich ja jetzt nicht mehr leugnen nach der Schlacht im Ministerium. Dennoch meidet Percy seine Familie. Die Ferien an sich, und das bezieht sich jetzt aber eigentlich auf alle, könnten ja schon auch ein bisschen entspannter sein, wenn nicht ständig Fälle von Vermissten bekannt werden würden. Also das trübt ja die Stimmung auch ein bisschen, auch wenn man versucht, es normal zu machen. Und die Ferien verbringen sie ja im Volksbau und irgendwann kommen ja auch Hermine und Harry dazu. Weil das Harry eines Nachts auftaucht, das bekommen die Weasley-Kinder ja gar nicht mit. Also die sind ja eigentlich gerade alle im Bett, als Harry kommt und der quatscht dann erst mal mit Molly und später kommt auch Arthur dazu. Im Film finde ich es irgendwie aber tatsächlich ein bisschen süßer und hey, das hört man selten auf meinem Mund. Weil Ginny entdeckt ja irgendwie Hedwig und fragt dann, ob Harry da ist. Und sie fragt das ja dann alle, also ruft dann irgendwie jeden. Und das Haus der Weasleys wirkt da ja so ein bisschen wie so ein surrealistisches Gebäude. Also irgendwie der eine steht so rum, der andere ist auf dem Kopf und der andere. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie ganz süß gemacht. Gute Stelle im Film. Und dann finde ich es ganz interessant, weil dann kommt Harry ja, sagt er so, ja doch, ich bin hier, guck, 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 ich bin's. Und dann umarmen die beiden sich. Und da ist mir aufgefallen, dass die Umarmungen zwischen Harry und Ginny, das ist eine andere Umarmung als eine zwischen Hermine und Harry. Die ist ja halt sehr freundschaftlich. Ja. Und Harry und Ron haben natürlich so eine Bro-Umarmung. Aber zwischen Ginny und Harry, das ist schon eine etwas andere Umarmung. Das finde ich, äh, gut. Aber finde ich, findest du nicht, dass die ein bisschen so, also unangenehm ist ein bisschen viel, aber es wirkt nicht so natürlich. Das ist ein bisschen unnatürlich. Ja. Aber das ist schon für die Situation passend. Ja, weil es so steif ist. Aber, ja, 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 genau, das ist ein gutes Wort. Ja, finde ich auch. Weil die sind, die sind halt noch nicht so, die merken beide, oh, Ed knistert. Aber was ist denn das nun? Und beide wissen auch nicht so, damit umzugehen. Ja, genau, es ist so ein bisschen so, sollen wir jetzt, sollen wir nicht, ja doch, war jetzt gut, fand sie es gut, war zu viel. Also, das sieht man, also haben die gut gespielt. Macht schon Sinn. Ja, finde ich nämlich auch. Ich bin begeistert. Ja, und im Buch kommt Ginny dann einfach bei Harry und Ron ins Zimmer rein, als Harry aufwacht und setzt sich dann zu Ron Termine und beginnt dann auch sofort das Geläster über Fleur. Und das checkt Harry ja erstmal nicht, weil er denkt ja, dass sie über Molly redet, weil Harry ja auch gar nicht weiß, dass Fleur und Bill ein Paar sind und dass Fleur auch gerade da ist. Und dann sagt Ginny irgendwie, dass sie der Meinung ist, dass Fleur, also dass sie, sie benutzt ja nur den Pronomen, das ist ja mein Lieblingspronomen-Game. Dass sie schlimmer sei als Umbridge, weil sie mit Ginny spricht, als wäre sie drei. Tja. Und da finde ich es noch okay, dass Harry denkt, dass sie über Molly spricht, aber Harry ist dann doch sehr überrascht, dass Hermine genauso schlecht über Molly redet. Und als Ron vermeintlich Molly, aber Fleur dann verteidigt, ist Ginny wütend, weil Ron ja sowieso nicht genug von ihr bekommen würde. Und dann ist Harry komplett verwirrt, weil er regelt, warum sollte Ron nicht genug von seiner Mutter bekommen. Das ist schon wieder eine richtig lustige Szene. Ah, ich lieb's. Doch alles klärt sich ja auf, als Fleur dann tatsächlich zur Tür hereinkommt und Harry zieht sich dann seine Decke ans Kinn, weil er irgendwie im Pyjama ist und das ist ihm eher ein bisschen unangenehm. Unangenehm. Und dabei schubst er Hermine und Ginny von seinem Bett. Moment, wenn sie vom Bett fällt, wie doll hat Harry an der Decke gezogen, dass zwei Mädchen runterfallen. Er war sehr schockiert, dass Fleur reingekommen ist. Crazy. Ja. Als Fleur dann verkündet, dass sie Bill heiraten wird, da bemerkt Harry, dass Ginny und Hermine das nicht so dolle finden. Und Ginny behauptet dann ja auch, dass ihre Mutter Fleur hasst. Das finde ich so krass. Und bezeichnet sie als Kuh. Und es stellt sich dann ja auch heraus, dass sie einen Spitznamen für Fleur hat, nämlich Schleim. Ja genau. Und was sie ja auch noch sagt, dass Mrs. Weasley wohl gesagt hat, dass sie wird irgendwie dafür sorgen, dass die Verlobung nicht so lange hält. Wo ich auch dachte so, hä, das ist ganz schön fies euer... Ja, wirklich. Ich meine, da geht es ja auch nicht nur um Fleur, sondern auch um Bill und das würde man doch nicht wollen, dass... Also, ich weiß nicht. Ja, die sind alle so egoistisch. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade Ginny, weil es geht ja um ihren Lieblingsbruder und Molly sowieso, dass die immer denken, sie wüssten besser, was gut für Bill ist. Ja, als ob sie nicht glauben würden, dass der eigenständige Entscheidungen treffen kann. Ja, das finde ich äußerst fragwürdig. Dann entscheidet sich aber Ginny eher dafür, dass Tongs wohl die bessere Wahl wäre und auch Molly sich Tongs gewünscht hätte für Bill, weil sie ja an sich viel cooler und lustiger ist und viel besser in die Familie passt. Ja, und Harry fängt dann ja auch an, Fleur zu verteidigen, weil er ist ja sicher, dass sie auf jeden Fall nicht dumm ist, weil sie hat es ja immer in den Strimagischen Schnell geschafft. Und dann wird Ginny sehr verächtlich, weil sie Harry vorwirft, dass er es wahrscheinlich nicht einfach nur mag, wie sie ihn Harry nennt. Ein bisschen eifersüchtig, ne? Ja, genau. Und es ist aber auch so, dass Ginny glaubt, dass Bill durch seinen Beruf als Fluchbrecher es abenteuerlich und glamourös mag und sich deshalb für entschieden hat. Und dann dachte ich mir so, boah, was denkst du, wie oberflächlich dein Bruder ist, den du ja so gerne magst. Und dann dachte ich mir so, liebe Ginny, hast du ein bisschen Butterbier getrunken oder was? Ja, so ein bisschen Hate alles. Ja, total. Die Mädels sind da sehr eingefahren und lassen sich da auch nicht überzeugen von den Jungs. Nee. Ja, dann wird Ginny aber von ihrer Mutter nach unten gerufen, weil Molly anscheinend Hilfe beim Mittagessen braucht, aber Ginny hat viel eher das Gefühl, dass Molly einfach nicht alleine mit Fleur sein will. Und dann geht sie aber mürrisch nach unten. Und dabei macht sie Fleur nach und tanzt dann herum, als wäre sie eine Ballerina. Sessi. Ja, ich finde das echt richtig gemein. Das ist mies, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, sie ist ja, also das ist übrigens meine Argumentation in diesem Band Number One, sie ist ja auch ein richtiger Teenager und die machen sowas. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine erwachsene Ginny mit, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, zehn Jahre zurückgucken würde und sich denken würde, ich weiß nicht, war ich ein bisschen merkwürdig drauf in meiner Pubertät. Und ich finde, so ein Stück weit ist es schon okay, aber es ist auch gemein, aber ich glaube, es gehört ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu. Ja, wir haben auf jeden Fall auch in Fleurs Folge ja schon mal darüber gesprochen. Ich meine, das Ganze kann man über Molly nicht sagen. Die ist erwachsen und die verhält sich ja auch nicht sonderlich korrekt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir wissen nicht, was den ganzen Sommer über schon passiert ist. Wir wissen, dass Fleur sehr abfällig ist über alles, was nicht so ihrem Standard betrifft. Ja, sie wirkt dann, glaube ich, schnell arrogant und oberflächlich. Und ich glaube, Ginny musste vielleicht dann auch viel schon einstecken bezüglich vielleicht ihrer Kleidung oder ihrem Zimmer oder dem Haus, wo sie sich so wohl fühlt. Also wir wissen ja nicht, was Fleur da alles schon irgendwie, vielleicht ohne wirklich drüber nachzudenken, was sie so geäußert hat und die geben ihr halt einfach keine Chance, dass sie Fleur besser kennenlernen. Und das ist so ein bisschen das Problem und ja, das hier ist ganz klar so pubertäres Verhalten von Ginny. Die restliche Zeit der Ferien verbringt Ginny dann damit, mit Harry, Ron und Hermine im Garten Quidditch zu spielen und Hermine spielt in Ginnys Team und Ginny ist allerdings so gut, dass sie Hermines schlechte Spielweise sogar ausgleichen kann, sodass die Teams ungefähr gleich stark sind. Und das finde ich ganz witzig. Ich muss allerdings über diesen Anblick mit Hermine auf dem Besen beim Kuditsspielen lachen und ich hätte Hermine, glaube ich, nicht gewählt. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht hatte sie auch nicht so. Ich glaube, sie hatte keine Wahl. Ja, ich glaube auch. Wenn Bill und Fleur dann aber irgendwie ein bisschen touchy werden, dann tut Ginny hinter Fleurs Rücken so, als müsse sie sich übergeben. Wahrscheinlich ist sie einerseits enttäuscht, weil eben ihr Lieblingsbruder sich so jemanden wie Fleur geangelt hat. Andererseits fühlt sie sich aber wahrscheinlich auch von Fleur irgendwie so ein bisschen bedroht, weil sie ja natürlich eine Konkurrentin in jeder Hinsicht ist. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass Fleur sehr viel von Harry hält. Einen anderen Grund habe ich irgendwie nicht, warum Ginny sich so aufführt. Ich meine, das ist alles ein bisschen drüber und es ist, finde ich, nochmal was anderes, wenn man irgendwie in einem geschlossenen Zimmer eine Fleur nachmacht, als so hinter ihrem Rücken irgendwie so Fratzen zieht. Weil ich glaube schon, dass Fleur das wahrnimmt, den Vibe, den sie da entgegengebracht bekommt. Und dann müssen ja auch alle in die Winkelgasse, um die Besorgungen für das neue Schuljahr zu machen. Und vor Flourish and Blots ist ein Stand aufgebaut, der Amulette verkauft, die angeblich gegen Werwölfe, Dementoren und Inferi schützen sollen. Und die Frau bietet Molly eins an, damit sie Ginnys hübschen Hals schützen könnte. So drückt sie sich zumindest aus. Ich glaube, sie wollte einfach nur was loswerden und dachte, wenn ich auf das Kind dieser Frau gehe mit emotionaler Überzeugung, kann ich ihr so ein Amulett verkaufen. Und sie gehen dann in Flourish and Blots rein, um eben Bücher zu kaufen. Die anderen gehen nämlich zu Madame Malkins. Ja genau, also Ginny bleibt bei ihren Eltern und die anderen holen sich neue Umhänge. Ja, genau. Beim Laden ihrer Brüder treffen die alle dann ja wieder aufeinander. Also Fred und George haben sie ja ihren Scherzartikelladen gemacht und den findet Ginny super klasse. Also es klang jetzt sehr ironisch, aber es war ernst gemeint. Sie steht sehr lange mit Hermine vor dem Tagtraumzaubern, während viele andere Mädchen sich ja für Wunderhex-Produkte interessieren, die Fred ihnen dann ja auch noch zeigt. Aber Ginny hält sich da eher zurück. Sie ist sehr skeptisch, als Fred ihr die Liebestränke zeigt. Doch George sagt, er würde sie eh nicht an Ginny verkaufen, weil sie ja sowieso schon circa fünf Jungs am Start hat. Wäre für ihr auch ganz schön frech. Ja, aber das ist glaube ich, weil Fred und George haben sich mit Ron unterhalten. Ron stichelt die ganze Zeit gegen Ginny und ihr Liebesleben quasi. Und da sagt Ginny ja dann auch so, was immer du auch von Ron gehört hast, das ist eh gelogen. Dann nimmt sie so eine kleine rosa Tube aus dem Regal und fragt, was das denn sei. Und die Zwillinge erklären ihr dann, dass es so zehn Sekunden Pustelentferner ist und sie garantieren, dass das funktioniert. Das ist auch so ein Pubertätsding. Also ich glaube, hier sind immer wieder so kleine Hinweise versteckt, gerade jetzt auch wieder in diesem Buch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das Teenager sind. Weil das, was die dann im letzten Jahr erlebt haben, also gerade diese Schlacht im Ministerium und dieser Kampf gegen Umbridge und diese Rebellion in Hogwarts, ich glaube, das lässt einen sehr schnell vergessen, wie jung die eigentlich sind. Ja, ja, genau. Und jetzt hier mit so, mit so verliebt sein und so kindisches Verhalten und hier so Pickelentferner und sowas. Das sind alles so kleine Hinweise, um uns zu sagen, hey, die sind eigentlich noch voll jung. Genau. Und die Zwillinge fragen auch sofort, ob sie mit Dean ausgehen würde. Und da sagt sie auch einfach, ja, klar, mache ich. Ganz witzig und sehr schlagfertig finde ich dann, als sie sagt, dass, als sie das letzte Mal nachgeschaut hat, war er definitiv nur ein Junge und nicht fünf. Ja, sie lenkt dann die Aufmerksamkeit, aber dann auch lieber auf die kleinen Mini-Muffs, welche sie sehr süß findet. Aber Fred und George lassen einfach nicht locker und werfen ihr vor, dass sie ihre Freunde doch sehr schnell wechselt. Und dann wird Ginny wieder pumpig. Sie sagt, dass es die beiden nichts angeht und sie bittet dann auch Ron, dass er keine Geschichten mehr erzählen soll, die nicht stimmen. Sie wirkt dabei so ein bisschen wie so eine wütende Mrs. Weasley. Das kann ich aber gut nachvollziehen. Also ich meine, sie ist das einzige Mädchen, aber sie muss hier schon echt viel einstecken. Das finde ich auch nicht so cool von den Jungs. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man seine Schwester ein bisschen aufzieht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist da das im Laden nicht so der perfekte Ort, vor allem wenn auch noch Harry und Hermine und so da sind. Weil ich finde so Sticheleien unter Geschwistern jetzt erstmal nicht so schlimm. Und ich glaube, also wenn Ron das sagt, glaube ich schon, dass der dann da so mit so einem komischen, merkwürdigen Beschützergedöns ankommt. Aber ich glaube, wenn die Zwillinge fragen. Ich finde es, fand es bei den Zwillingen tatsächlich auch hier ziemlich judgy. Also, dass sie neugierig sind, dachte ich am Anfang, ist fein. Aber dass sie dann sagen, ja, du hast doch eh hier fünf Jungs auf einmal oder du wechselst die schneller als deine Unterwäsche oder so, finde ich auch schon grenzwertig. Ach, ich weiß nicht. Und ich meine, gerade die drei protzen jetzt ja auch nicht von Frauengeschichten. Deswegen kann man da natürlich jetzt nichts zurückärgern. Ja, also ich finde es erstmal nicht so schlimm. Vielleicht ist, also ich finde die Situation, in der sie es machen, jetzt vielleicht nicht optimal. Ich glaube, es geht auch um die Häufigkeit. Aber dass sie da so ein bisschen frotzen. Bei ein, zwei Sprüchen, okay. Aber dass sie jetzt immer, immer, immer wieder drauf rumhacken, ich glaube, das ist dann schon nervig. Ja, klar. Aber so machen Brüder das ja auch. Ja, klar. Brüten, nervig sein. Also, wie gesagt, also ich glaube, bei den Zwillingen finde ich es eher witzig gemeint und bei Ron, bei Ron ist es immer zu viel. Aber Ron sagt ja hier kaum was. Also das muss man ganz klar sagen. Ron sagt, naja, er kommt ja auch nicht zu Wort wahrscheinlich. Außerdem hat er ja schon all seine Munition abgepfeffert, aber halt bei den Zwillingen schon, dann wollte er sich nicht wiederholen. Egal. Da muss man manchmal auch durch. Ja, klar. Und ich glaube, Jeannie steckt das in der Situation noch gut weg und ist dann da auch nicht sauer oder so, längerfristig zumindest nicht. Nee. Und Mrs. Weasley ist ja dann auch im Laden und Jeannie fragt dann Molly, ob sie so ein Minimum farben darf. Und tatsächlich bekommt sie einen lilanen, den sie Arnold tauft. Und ich frage mich, wieso hat sie einfach ein Minimum bekommen? Ja, vor allem, woher haben die plötzlich das Geld? Ich meine, ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber es ist ja ein Lebewesen. So günstig kann das ja nicht sein. Ja, vielleicht Special Prize von Fred and George. Umsonst vielleicht sogar. Also wir wissen, dass Ron keinen Rabatt bekommt. Ja, aber weil es Ron ist. Aber Molly ja vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass... Aber seit wann supportet Molly das auch überhaupt, ja? Ja. Also ich meine, sie ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen stolz, aber dass sie sich jetzt da so ein Vieh ins Haus holt, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das ist es. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da so einen Schoko-Zauberstab mal kaufen würde oder sowas. Kein Thema. Bin ich voll... Gehe ich mit. Mich wundert es halt, dass sie da noch so ein Tier anschleppen lässt. Einfach so. Also wir bekommen ja auch keine Diskussion mit oder mehrere Nachfragen dann übers Schuljahr hinweg oder keine Ahnung. Also das ist crazy. Ich habe es nicht erwartet. Ich glaube ja, dass Molly bei Ginny einfach schlecht Nein sagen kann. Das ist aber nicht sehr konsequent. Nein, natürlich nicht. Ja, als die Hogwarts-Schüler sich verabschieden, um zum Hogwarts-Express zu reisen, da will Ron sich überschwänglich von Fleur verabschieden. Aber Ginny stellt ihm ein Bein und Ron landet im Staub zu Fleurs Füßen. Natürlich ist er stinksauer auf seine Schwester und da hat Ginny es ihm ja wahrscheinlich doch ein bisschen heimgezahlt. Das sind so Stänkereien unter Geschwistern. Ich finde es auch ein bisschen witzig. Aber das Schlimme daran ist ja, dass Ron nicht einstecken kann. Ja, klar. Der ist ja dann immer beleidigt. Ja, natürlich. Im Zug hat Ginny jedoch keine Zeit, mit Harry ein Abteil zu suchen, weil sie mit Dean verabredet ist und das findet Harry gar nicht mal so klasse, denn er hatte sie ja eigentlich so wie selbstverständlich gefragt, ob sie zusammen ein Abteil suchen, weil sie ja den ganzen Sommer eh schon zusammen gechillt haben. Und erst jetzt wird ihm wieder bewusst, dass sie ja im Schuljahr in Hogwarts eigentlich immer recht wenig mit Ginny zu tun haben. Und er schaut ihr dann noch so hinterher, wie ihr rotes Haar hinter ihr hertanzt. Das ist so eine schöne Beschreibung, Harry. Es ist witzig, weil wir hatten in der letzten Folge nämlich noch darüber gesprochen, warum Ginny überhaupt mit denen im Abteil ist und nicht ihre Freunde sucht, die sie ja irgendwie den ganzen Sommer nicht gesehen hat. Und da ist sie ja eigentlich mit Michael Corner zusammen und den will sie irgendwie nicht im Abteil treffen. Also mit denen scheint es schon ein bisschen gefestigter zu sein. Genau, ich glaube schon. Das sind Indizien. Aber es kristallisiert sich natürlich auch immer mehr heraus, dass sie wirklich sehr eigenständig ist und auf keinen Fall in der Nähe von Harry unnötig lang so schwärmend rum Zeit verbringen will. Und das finde ich schon ganz cool. Wobei sie ja so schwärmend ja gar nicht mehr ist, ne? Nee, genau, aber früher ja. Und jetzt halt ist da ja gar nichts mehr. Und ich glaube, das fällt Harry jetzt langsam auf, so Moment. Ja, und das sind jetzt auch nur Momente, wo er Ginny wirklich als Frau so wahrnimmt. Ich meine, sie ist keine Frau, aber halt als potenzielles Love Interest, weil ich glaube, so diese Andeutungen mit diesen roten Haaren und sowas und so diesen Charme und diesen Witz, den Ginny hat, den er jetzt ja auch in diesem Jahr sehr zu schätzen gewusst hat. Ich glaube, das alles sind so Zeichen. Er selber checkt das noch nicht, was das bedeutet, aber als Leser merkt man schon, da ist was. Das denke ich nämlich auch. Aber Harry sieht Ginny schneller wieder, als er denkt, denn sie landen beide gemeinsam mit Neville im Slug Club. Slughorn lädt nämlich ein paar Schüler im Hogwarts Express auf ein kleines Beisammensein ein. Ginny weiß selbst nicht so recht, wie sie dort gelandet ist. Hinter Slughorn schneidet sie Harry und Neville erstmal so eine Grimasse. Also die scheint ja auch so eine Grimassenqueen zu sein. Ja, weil sie wahrscheinlich genervt ist. Die wollte ja unbedingt zu dienen. Jetzt kann sie nicht, weil sie da jetzt hier irgendwie wieder rausgeholt wurde. Ja, aber jetzt langsam reicht es aber mal mit diesen Grimassen. Das ist ein bisschen kindisch jetzt langsam. Ich sag ja, das ist sie ja auch theoretisch noch. Slughorn erklärt dann ja, dass er gesehen hat, wie Ginny einen Federwichtflucht ausgeführt hat. Sie wollte nämlich Zachary Smith verhexen, weil er sie die ganze Zeit wegen der Geschichte im Ministerium genervt hat. Und deswegen hat Slughorn hat Slughorn und Ginny dann spontan eingeladen. Ginny dachte ja erst, sie würde Nachsitzen bekommen, aber Slughorn hat sie einfach nur dafür gelobt, was sie da gezaubert hat. Sie legt sich auch direkt mit Sabini an, der aber auf Slughorns Warnung, dass man sich vor Ginny in Acht nehmen muss, nur verächtlich guckt. Und Ginny und Neville nehmen wiederum dann Harry in Schutz, als Slughorn ihn ein bisschen wegen der Prophezeiung ausfragt. Ja, und da unterbricht Ginny ihn ja dann sogar auch. Und stärkt er ja Harry so ein bisschen in den Rücken, weil sie ja jetzt diese ganzen Geschichten, die da passiert sind, auch jetzt dann in der Situation gar nicht besprechen wollen. Und das finde ich schon ganz clever von ihr, ehrlich gesagt, auch, weil, ich weiß nicht, also traut sich ja auch nicht jeder, ne? Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass viele gar nicht wissen, dass Ginny auch dabei war, weil der Tagesprofil die anderen ja nie erwähnt hat. Also es wissen vermutlich wirklich nur so Ginnys engste Freunde, dass sie überhaupt dabei war. Und Neville ja auch. Aber sie ist ja keine Unbekannte in Hogwarts. Die Slytherins kennen Ginny ja alle. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge auch nochmal bei den Slytherin, Slytherin. Boys and One Girl. Ja, genau, bei der Slytherin-Gruppe, die wir besprochen hatten, auch nochmal erwähnt. Pansy betont ja auch im Abteil, dass viele Jungs Ginny mögen und selbst Sabini muss dann zugeben, dass sie gut aussieht, auch wenn er sie natürlich niemals anfassen würde, weil sie ja eine Blutsverräterin ist. Das stimmt. Also ich finde, es kommen immer mehr Hinweise darauf, dass Ginny wirklich eine hübsche junge Dame ist. Und talentiert. Und interessant sein könnte für Harry, weil im Unterricht von Slughorn, kurze Zeit später, da riecht er im Liebestrank ja auch einen blumigen Duft, den er kurze Zeit später auch bei Ginny riecht. Harry. Oh gut, das sind ja auch keine Neuigkeiten. Nee. Aber Harry hat es halt noch nicht gerafft. Der Leser rafft es, Harry nicht. Das passiert öfter mal. Was Ginny allerdings gar nicht so cool findet, ist, dass Harry Dinge macht, die jemand in einem Buch geschrieben hat. Das macht er ja mit diesem Buch vom Halblutprinzen in Zaubertränke. Das kriegt sie so irgendwie mit halben Ohr mit. Und sie ist dann wirklich besorgt und auch wütend. Aber Harry versucht sie zu beruhigen, was ihm ja nicht so richtig gelingt. Aber sie ist da auch einfach ein beschriebenes Blatt. Das sagt man nicht. Sie ist ein... Nein. Man sagt ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ja, aber das passt ja nicht in dem Falle. Ja, genau. Sie ist da ein geknechtetes Pferd. Das sagt man auch nicht. Sie ist vorbelastet. Ja, das ist doch gut. Aber das ist gar nicht so schön bildlich. Ich wollte irgendwas Bildliches sagen. Ja, aber bildlich ist hier mucksig geworden. Ja, das stimmt. Ihr wisst alle, was ich meine mit dem geknechteten Pferd. Locker, flocker, wie Antonia sagt. Ja, locker, flocker. Ja, und in diesem Schuljahr bewirbt sich Ginny dann ja auch für das Quidditch-Team. Und natürlich muss Harry sie dann als Jägerin einsetzen. Denn in dem Testspiel fliegt sie alle in Grund und Boden und schießt dabei auch noch 17 Tore. Und irgendwann später überbringt Ginny ja aus irgendeinem Grund. Ich frage mich halt immer noch, warum es Ginny war. Hatten die gerade keine Ahnung? Auf jeden Fall ist es so. Harry eine Rolle Pergament, nämlich von Dumbledore. Und darauf steht irgendwas von dieser Einzelstunde, die Harry bei Dumbledore haben wird. Und Harry ist dann ganz mutig und fragt noch so nebenbei, ob sie dann zum nächsten Hogsmeade-Wochenende zusammen hingehen wollen. Und Ginny verneint da allerdings und auch relativ souverän, finde ich, und sehr direkt, dass sie ja mit Dean hingeht. Aber vielleicht sehen sie sich ja da mal. Das finde ich auch. Und dann winkt sie in so einem Abschied und ist weg. Und so einen richtigen Korb gegeben. Ja, aber ich fände es gut, weil es direkt ist. Es ist nicht so, oh ja, es wäre schön. Ich glaube auch, sie ist dann weggegangen. Und ich glaube, ihr Herz ist so richtig so, also hat richtig schnell geschlagen. Und sie dachte sich so selber so, ach krass. Sie hat dann erst realisiert, was da gerade passiert ist. Und dachte sich so, boah, wie crazy. Und dann, glaube ich, realisiert sie, dass das, was Hermine ihr geraten hat, so ein bisschen entspannter zu sein und so, dass das wirklich funktioniert hat. Und ich meine, sie ist natürlich sich bewusst, dass das jetzt noch keine Liebeserklärung von Harry war. Aber dass Harry ja jetzt schon ein Interesse an ihr hat. Auf welchem Niveau? Weiß ich nicht. Aber Ginny ist ja schlau. Sie senset da ja schon was von Harry, dass da irgendwas kommt von ihm. Ja, genau. Aber es wirkte so natürlich und nicht aufgesetzt. Und es war einfach cool. Und ich glaube, so kriegt sie Harry. Ja. Mit diesen kleinen Situationen. Und du hast ja gerade gefragt, warum ausgerechnet sie es von Dumbledore vermittelt bekommt. Ja, vielleicht, weil Dumbledore so ein bisschen Amor spielt. Nein, nicht dein Ernst. Ich stelle mir vor, mit dieser Gnome bei Lockharts Valentinsaktion mit so Flügeln umgeschnallt. Nein, natürlich nicht. Das wäre crazy. Der nimmt immer super random irgendwelche Schüler. Okay. Ich glaube schon, dass Ginny ganz schön hin und her gerissen ist. Aber sie bekommt ja von Hermine auch irgendwie den Hinweis, dass Harry gerade ganz schön viel im Kopf hat. Und sie ihn bloß nicht überfordern soll, indem sie so aufdringlich wird. Sondern Harry vielleicht lieber noch ein bisschen Zeit gibt, die er ja offenbar auch braucht. Und ja, sie sollte erst mal so ihr Leben weiterführen. Wir hatten das ja auch schon mal so von wegen, sind dann diese Beziehungen, die Ginny führt, dann irgendwie nur fake? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Dean ist einfach auch ein cuter Boy. Ich glaube, diese Liebe, diese Gefühle, die Ginny für Harry hat, das ist nicht so ein, dieses, wenn man einen Jungen nicht kennt und ihn kennenlernt. Und es ist irgendwie aufregend und spannend. Das hatten die ja nie, weil die sich halt einfach immer kannten. Ja, ja, genau. Aber vielleicht ist es so, bei Harry, das sind so, schon so echte Gefühle. Aber vielleicht ist man auch noch einfach zu jung, um diese Gefühle auch richtig einzuordnen und daraus was Richtiges zu machen. Und für Michael oder auch für Dean schwärmt sie halt. Und dann sind das so flatterhafte Gefühle, die für den Moment voll aufregend sind. Und auch spannend und abenteuerlich und um das kennenzulernen. Und letztlich entscheidet sie sich ja aber, Spoiler, für die, die es nicht wissen, für Harry. Und das war ja wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt klar, aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt einfach. Ja, ich glaube, es ist okay. Ja, nach dem Hogsmeade-Ausflug fällt Harry ja auf, dass er Ginny gar nicht getroffen hat. Mensch, was ein Zufall. Und dann vermutet er, dass Ginny mit Dean bei Madame Puddyfoot saß. Und dann stapft er so mit finsterer Miene weiter. Und es scheint ihm ja wirklich so ein bisschen die gute Laune zu nehmen. Auch wenn er vielleicht selber noch nicht so ganz versteht, warum eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass sie da saßen in diesem Café. Das ist so völlig unginny-like. Es ist auch so ultra langweilig, wenn wir uns das Date von Harry und Joe nochmal Madame Puddyfoot ins Gedächtnis rufen. Da will doch wirklich auch eigentlich keiner hin, oder? Wirklich unangenehm. Wenig überzeugt fragt Harry dann ja auch ausgerechnet Dean, ob er Katies Platz einnehmen will, weil Katie ja im Mungos landet. Und Dean freut sich total und er will es dann auch sofort Ginny erzählen. Also, ja, es ist natürlich da auch schon wieder so ein bisschen, Harry steht so zwischen den Stühlen. Er tut ja so, als wäre Shame ist der Grund, ne? Ja, ja, ja. Warum er Dean nicht fragen will. Aber ich glaube, eigentlich geht es auch so ein bisschen um Eifersucht. Ja, total. Es ist ja auch irgendwie so, also ich habe das so daraus gelesen, dass es schon so ist, dass Harry die Entscheidung, Dean gefragt zu haben, ja auch bereuen will. Ja. Weil er will ja erstmal gar nichts mit Dean zu tun haben. Weil dieser ja mit Ginny ausgeht. Das Problem an der Sache ist nur, dass er es gar nicht bereuen kann, weil Dean, im Probetraining zumindest, mit Ginny und auch mit dem Melsa eine sehr gute Leistung auf dem Besen erbringt. Und dann kannst du ja nicht sagen, nee, der ist scheiße, den will ich nicht ins Team, wenn das der beste Ersatz für Katie ist. Ja, das stimmt. Ein Dilemma für Harry. Ist es. Ja, aber beim Training läuft auch nicht immer alles rund, weil Ron ist irgendwie sehr nervös und er schlägt die Melsa auf den Mund. Ach, ich denke, was geht eigentlich mit ihm? Das ist wieder so eine Ron-Aktion. Das ist wie McLagan mit dem Schläger auf Harry. Naja, Ginny macht das jedenfalls total wütend und sie nennt ihn Trottel und fliegt sofort zu dem Melsa, um mir zu helfen. Und sie bringt Harry dann doch zum Lachen, weil sie sich entschuldigt, sich überhaupt einzumischen, weil Harry ja so beschäftigt war. Und sie dachte, irgendjemand müsse Ron ja mal Trottel nennen. Das ist natürlich so ein kleiner Hinweis von wegen, sie wollte ihm nur Arbeit abnehmen, aber eigentlich wissen alle, dass sie Ron einfach nur beleidigen wollte. Ja, nach dem Training gehen Ginny und Dean dann wohl zusammen in Richtung Gryffindor-Gemeinschaftsraum und sie werden überrascht, als sie ineinander, miteinander, fest verschlungen rumknutschen. Ja, weil Harry und Ron dazukommen. Ja, genau, weil Harry denkt sowas wie, sie würden zusammenkleben. Also er hat schon ganz genau hingeschaut. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so ein cleverer Ort ist. Nein, die waren auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum, nach dem Training. Die zwei spielen ja jetzt inzwischen in einer Mannschaft. Es ist ein bisschen spicy geworden wahrscheinlich. Und dann dachten sie so, hey, guck mal, da ist doch dieser geheime Geheimgang hier. Da können wir uns mal ein Bussi geben. Und aus dem Bussi ist dann ein bisschen mehr geworden. Ja, genau, offenbar. Ja, Ron ist auf jeden Fall nicht glücklich über die Situation. Gut, ist er ja aber irgendwie nie in solchen Situationen. Ja, aber Harry ist auch nicht zufrieden. In Harry erwacht ein Monster. Und das ist ganz klar seine Eifersucht. Dieses Monster habe ich komplett wegignoriert, weil wir ja über Ginny reden. Und über dieses Monster redet Harry nämlich sehr oft. Wir könnten eine Folge machen nur über dieses Monster, was in Harry wohnt. Wir können es auch ruhig seine Eifersucht nennen. Also seine Eifersucht erwacht. Ja. Ich finde es aber schon einen wichtigen Punkt, auch für Ginny, weil vorher hat er sich das ja immer irgendwie schön geredet und naja, hier bla bla bla. Und hier kann er es aber ja eigentlich nicht mehr leugnen. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch eine krasse Situation. Ja, also die Knutschel ist voll krass. Also ich glaube, da fällt es ihm so ein bisschen wie Schuppen von den, äh, nee, aber es fällt ihm so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Weil bis jetzt hatte Ginny ihn ja immer nur versetzt für Dean. Aber er hat sie ja dann nicht mehr im Zug gesehen und er hat sie ja dann auch nicht mehr in Hogsmeade gesehen. Und dann war es vielleicht auch okay. Und Ginny und Dean gehen nicht in die gleiche Klasse, also in die gleiche Stufe. Das heißt, auf dem Hogwarts-Gelände sehen die sich ja im Zweifel auch nicht ständig, weil die ja unterschiedliche Kurse haben. Ja. So, und jetzt ist es aber eine Situation und für Harry vielleicht besonders dumm, weil er ja diese Situation geschaffen hat, in denen sie zusammen vom Training zum Gemeinschaftsraum laufen müssen. Und das ärgert ihn vielleicht. Dann fällt es ihm so wie Schuppen von den Augen. Ja, genau. Ja, Ginny weiß irgendwie gar nicht so genau, was das Problem von Ron ist, während Dean irgendwie sehr verlegen wirkt. Er würde auch lieber gerne schon mal vorgehen in den Gemeinschaftsraum. Und Harry hat auch das Bedürfnis, Dean am liebsten sofort aus der Mannschaft zu werfen. Aber Ginny sieht es überhaupt nicht ein, jetzt das Weide zu suchen. Sie ist sehr wütend, weil Ron sich ja so aufspielt. Weil im Grunde könnte es ihm ja auch einfach egal sein, was sie macht. Und Ron sagt aber, er will nicht, dass alle Leute sagen, seine Schwester sei eine. Ja, aber Ginny unterbricht ihn gerade noch rechtzeitig und zieht sogar ihren Zauberstab. Also es ist wirklich eine sehr angespannte Situation. Und da muss sich Harry dann doch schlicht und einmischen, auch wenn er innerlich natürlich Ron zustimmt. Ja, aber ich finde dieses Zauberstabziehen ein bisschen drüber, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde Ron extrem drüber, weil der könnte es auch einfach bei sich behalten. Also sorry. Aber Zauberstabziehen und dann beim eigenen Bruder, also ich weiß nicht, das halte ich für ein bisschen drüber. Aber okay, vielleicht. Ich meine, ich habe keinen Bruder, ich habe auch keinen großen Bruder. Ist es realistisch, dass sich große Brüder so einmischen in das Liebesleben? Mein Bruder hat das noch nie getan. Du hast einen kleinen Bruder, vielleicht ist das der Unterschied, ich weiß es nicht. Der ist jetzt aber auch groß. Ich meine doch nicht älter als du, weißt du? Nee, ich weiß, was du meinst. Ich müsste Marius mal fragen, der ist ein großer Bruder. Der hat sich nie eingemischt, wenn seine Schwester da irgendwie. Es macht man ja eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass ich mich als große Schwester hin und wieder bei meiner Schwester eingemischt habe, aber dann eher so verteidigend anderen gegenüber und nicht. Also das geht jetzt nicht. Also du bist total durch, wenn du das jetzt mit dem machst oder so. Ja, nicht so kritisch ihr gegenüber, sondern. Nee, sondern den anderen. Und dann irgendwie versuchen gemeinsam da gegen die anderen und nicht so dieses Confront zwischen den beiden. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade Ginny und Ron einfach beide so krasse Stuhköpfe sind. Und wenn die sich da mal einmal irgendwo drauf eingeschossen haben, dann machen die das so. Ja. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen den beiden einfach besonders hitzköpfig ist. Und deshalb passiert das wahrscheinlich schneller, dass sie jetzt bei Ron den Zauberstab zieht als letzte Möglichkeit. Weil ich sehe das jetzt nicht, dass sie das im Streit mit Bill machen würde und auch nicht mit den Zwillingen. Und bei Percy, glaube ich, macht sie es auch nicht. Und wenn nur vor Enttäuschung. Ja, aber sie hat ja auch einen guten Punkt, weil sie Ron mangelnde Erfahrung vorwirft, weil der beste Kuss, den er ja bekommen hatte, von Tante Moriel war. Ja, und das ist der Punkt, wo Ron dann auch seinen Zauberstab zückt. Das ist ja vielleicht auch ein Wunderpunkt. Das weiß Ginny natürlich aber auch ganz genau. Und da macht sie natürlich dann extra nochmal Salz in die Wunde. Ich hake kurz ein. Es ist aber auch ein komischer Streit. Ja. Also ich finde das Thema lächerlich. Und die Argumentationen machen für mich jetzt auch keinen Sinn. Das ist Pubertät wieder. Also du kennst dich ja überhaupt nicht aus mit rumknutschen, weil du hast das noch nicht. Ja, schön. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde, da braucht man Ron auch nicht schämen. Ihn trifft es. Und ich glaube, darum geht es. Also ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass Ginny das weiß, dass es ein Wunderpunkt ist. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also Harry muss auf jeden Fall klären und zwischen die beiden treten. Und Ron sagt natürlich, das stimmt alles gar nicht. Und er würde das ja nun nicht in der Öffentlichkeit machen. Und da lacht Ginny nur höhnisch. Und das finde ich auch ganz schön provokant. Also sie lacht dann sogar darüber, dass er vielleicht ja Pigwidgeon geküsst hat. Oder ein Bild von Tante Muriel. Und das finde ich, es ist frech. Das ist auch drüber. Es ist sehr frech. So, ich kann verstehen, dass ihr vielleicht auch mal der Kragenplatz, weil Ron sich ja wirklich aufspielt wie weiß, weiß ich nicht wer. Ja, aber es ist einfach, es ist ziemlich dreist. Ist es. Und auch drüber. Ja, es eskaliert auf jeden Fall. Und irgendwann kommt Ginny ja auch auf die Idee, dass Harry ja auch noch da ist. Und sie sagt, auch Harry hätte ja schon mal rumgeknutscht. Dabei klingt sie so, als wäre sie denn tränennah. Und sogar Hermine hat ja auch Viktor Krumm geküsst. Also soll Ron mal jetzt nicht so tun, als wäre das so was Ekliges. Und dann stürmt sie davon. Ja, und ich finde, dass man bei Ginny, ich muss das jetzt hier so random reinwerfen, weil ich den Punkt verpasst habe, wo es gut gepasst hätte. Also hört euch es jetzt einfach an. Ich finde, ich habe bei Ginny gerade kritisiert, dass es so ein bisschen drüber war. Aber was man trotzdem dazu sagen muss, auch wenn es drüber war, dass sie ja durchaus ein Recht auf Selbstbestimmung hat und das auch einfordert. Also sagt sowas, naja, wenn ihr das macht, dann kann ich das auch und ich bin, ich darf das lassen. Und sie geht da ja auch keine Kompromisse ein und damit liegt sie auch im Recht. Also ich finde schon, dass sie das Recht hat, sich da nicht reinreden zu lassen. Sie kann auch machen, was sie will, da hat Ron einfach überhaupt gar nichts zu kommentieren. Also bis zu einem gewissen Punkt natürlich, dann schalten sich aber die Eltern ein, bitte, ja? Also das ist auch nicht über Ron. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Ginny sich da durchsetzt und sich da nicht unterkriegen lässt. Ich meine, Ginny ist eh nicht der Typ dafür, der sich dann da manipulieren lässt. Aber so auch da um das Wort Selbstbestimmung und das nochmal zu droppen für alle, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen stecken. Man muss sich da ein bisschen durchkämpfen und Ginny ist da ein ganz gutes Vorbild. Ja, vor allem, selbst wenn Ginny 20 Jungs gleichzeitig hätte und da auf dem Flur, im nächsten Flur da mit jemand anderem rummachen würde, dann ist das ihre Entscheidung und dann kann Ron ihr vielleicht sagen, du, das ist vielleicht nicht hier den besten Ruf, den du dir hier aufbaust, aber er kann sie da jetzt nicht so fertig machen. Das geht gar nicht. Ja, aber was soll das denn für ein Ruf sein? Ich finde, das ist erstmal okay und die gegenüber, die Leute, die machen da ja wohl auch mit. Und dann, finde ich, kannst das nicht auf eine Person abwälzen und sagen, du hast 15 Jungs geküsst. Sowieso nicht. Aber ich finde es halt auch, es ist nicht, meine Ginny könnte es auch einfach dann egal sein und sie könnte auch einfach sagen, Ron halt's Maul und dann geht sie weg. Ich meine, sie lässt sich hier aber auch provozieren von Ron und springt ja voll drauf ein. Und dass sie sich dann beide hier mit ihrem Zauberstab bedrohen und angreifen, das ist halt auch einfach ein bisschen crazy. Aber vielleicht eskaliert es auch nur so krass, weil Harry da ist und ja auch Ginny für Harry und andersrum. Ja, das ist ja doch bedeutsam. Und vielleicht wäre Ginny gar nicht so ausgeflippt, wenn Harry nicht dabei gewesen wäre und hätte dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, einfach halt's Maul und dann tschau. Ja, weil ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass das nämlich auch ein Wunderpunkt von Ginny ist. Ja. Ich meine, jetzt haben wir darüber gesprochen, Ron lässt sich so provozieren, weil Ginny einen Wunderpunkt von ihm trifft. Aber andersrum ist es ja wahrscheinlich auch so, weil gerade weil Harry dabei ist und Ron ihr jetzt irgendwie vorwirft, du bist zu viel bei den Männern unterwegs. Ein Luder. Denkt sie ja vielleicht, du machst mir jetzt aber auch gerade irgendwie Harry madig, beziehungsweise Harry könnte denken, das stimmt und hat dann kein Interesse mehr an ihr. Und ich glaube, deswegen ist sie da vielleicht jetzt auch nochmal besonders angegriffen von. Ja, es ist einfach eine Kack-Situation für alle. Ja, voll. Und dann steht auch schon das nächste Quidditch-Spiel auf dem Plan und Ginny wartet zusammen mit Demelza im Umkleideraum auf Harry und Ron. Und die beiden Mädels sind auch schon in Quidditch umhängen, also die sind schon top fokussiert. Und sie haben auch gute Laune, denn sie haben Neuigkeiten über die Slytherin-Mannschaft. Es fehlt nämlich ein wichtiger Jäger, dessen Namen ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, der heißt, kann ich nicht aussprechen. Das ist eine wertvolle Information. Basie und der ist verletzt und ist nicht dabei und Malfoy ist ja krank gemeldet und ist dann auch nicht dabei. Jetzt sind sie natürlich sehr optimistisch und freuen sich quasi auf das Spiel, weil sie davon ausgehen, dass Malfoy's Ersatzspieler, der heißt irgendwie Harper, doch ziemlich unfähig ist. Und dann glauben sie, dass sie ein einfaches Spiel haben. Ich finde das mal wieder sehr interessant, weil Ginny hat mal wieder überall ihre Nase und Ohren drin. Wir hatten das in der letzten Folge schon gesagt, dass sie irgendwie mal so über jeden Gossip Bescheid weiß. Alles weiß. Ich meine, Oliver Wood wusste sowas auch, aber der war auch Kapitän. Harry ist Kapitän und er weiß das alles nicht. Es ist irgendwie so verrückt, weil woher hat Ginny diese Information? Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Ginny doch relativ beliebt ist. Vielleicht kriegt sie Infos halt einfach viel einfacher als Harry, der jetzt nicht allgemein super beliebt ist. Und ja, vielleicht zügeln andere ihre Zunge da gegenüber Ginny nicht so, weil sie bei Harry vielleicht so tuckt. Ja, oder das. Aber einfach, die ist gut in Fragen stellen und Harry ist ja immer eher so ein bisschen unaufmerksam. Ja, genau. Also Harry kriegt vieles nicht mit, das müssen wir dazu sagen. Eben. Naja, nach einer halben Stunde des Spiels führt Gryffindor und Ginny hat vier der sechs Tore geschossen, was Zacharias Smith dazu veranlasst, immerhin nicht mehr über Ginny weiterzulästern. Das hat er nämlich das ganze Spiel über getan. Ja, weil der Kommentator ist. Ja, genau. Und als das Spiel vorbei ist und Gryffindor gewonnen hat, da rast Ginny auf ihrem Besen mit Absicht in das Podium des Stadionsprechers. Ja, Ginny behauptet, dass sie nicht mehr bremsen konnte, aber das war natürlich ihre Rache an diesem Gestichel von Zacharias, weil den hat sie ja wirklich gefressen, wie wir alle wissen. Ja, und das ist auch so, dass die Menge das richtig lustig findet und alle lachen, aber Ginny ist da ganz cool in dem Moment und gibt sich so sehr gelassen. Ja, und dann steht ja auch die Siegesfeier an, ganz klar, gegen Slytherin ist, glaube ich, so eine Siegesfeier immer noch ein bisschen cooler als gegen die anderen Mannschaften. Und da sind sie im Gryffindor-Gemeinschaftsraum und da begegnen sich auch Ginny und Harry natürlich klar. Ginny stichelt da noch so ein bisschen in Richtung Ron, weil der ja so mit Lavender rumknutscht in der ganzen Öffentlichkeit. Und sie sagt sowas wie, dass er seine Technik verbessern könnte, wo ich auch dachte, okay. Ja, weil es wohl so aussieht, als würde Ron Lavenders Gesicht auffressen. Ja, das ist vielleicht dann wirklich ein bisschen verbesserungswürdig. Und genau, und dann geht sie aber, um sich ein neues Butterbier zu holen und lässt Harry quasi mit seinen Gedanken allein. Also es war nur ein kurzer Moment, da ist Ginny dann doch eher wieder so ein bisschen bei sich. Sie lobt ihn noch für das Spiel und tätschelt so seinen Arm, also eher so ein bisschen freundschaftlich, würde ich sagen. Und währenddessen hat Harry so ein Sturzfluggefühl im Magen, also er hat da wieder Gefühle, die er sich nicht eingesteht, genau. Und sie ist aber wieder so cool und dann direkt wieder weg und so und ja. Naja, sie macht sich rar. Genau. Heißt das doch so schön. Zum Weihnachtsball von Slughorn würde Harry natürlich am liebsten auch Ginny fragen, aber die geht natürlich mit Dean Thomas. Wenn sie denn überhaupt da ist, weil das bekommen wir gar nicht mit. Und also Ginny wird auf dem Ball von Slughorn überhaupt gar nicht genannt. Das wundert mich, weil sie ja eigentlich auch Mitglied im Slughclub ist. Ja, vielleicht ist Harry mal wieder abgelenkt, weil der hat ja auch Missionen. Ja, stimmt. Und hat dann nicht so viel Zeit. Und wenn Ginny sich so ein bisschen im Hintergrund hält, weil sie ja da ja eh nicht so gerne teilnimmt. Und was ich aber davor noch festgestellt habe oder rausgefunden habe, ist, dass Ginny wohl auch Zeit mit Luna verbringen muss, weil Ginny weiß, dass Luna wohl auch etwas einsam ist und auch die DR vermisst. Weil die Treffen finden ja nicht mehr statt. Luna wird ja immer noch von einigen Schülern und Schülerinnen dann gehänselt und Luni genannt. Und Ginny setzt sich dann für Luna ein und bringt einige Jungs auch dazu, sie nicht mehr Luni zu nennen. Also sie scheint ja irgendwie so präsent in Lunas Leben zu sein, dass sie sich da doch mal einmischen kann. Ja, ich meine, die sind auch in einem Jahr, vielleicht haben die ja auch Kurse miteinander, ne? Aber finde ich auch gut, dass sie da auf jeden Fall immer hinter Luna steht und ihren Rücken auch frei hält. Total. Und dass Ginny sich da nicht so über den Mund fahren lässt und da für ihre Freunde einsteht, das kristallisiert sich ja immer mehr raus, dass sie dann da echt sich einsetzen kann. Ja, und das ist auch, muss man sagen, sehr mutig. Ich meine, Ginny ist zwar eine beliebte Schülerin, anders als Luna, aber den Mut, vor allem sich gegen so zwei Jungs, wir wissen auch nicht, wie alt die waren oder was das für Typen waren, sich da aufzulehnen und als Mädchen sich da quasi in den Weg zu stellen und jemanden in Schutz zu nehmen, das erfordert schon durchaus Mut. Kann man sich auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Ja, sie findet das ja zum Beispiel dann auch gar nicht lustig, dass Ron sie auch Looney nennt und sich auch so ein bisschen drüber lustig macht, dass Harry und Ginny ja zusammen zum Ball gehen. Da faucht Ginny ihn an, dass er das sein lassen soll, weil sie sehr froh ist, dass Harry mit Luna zum Ball geht und weil sie weiß, dass Luna schon sehr aufgeregt ist. Und ich glaube, Ginny ist aber auch ein bisschen froh, dass Harry mit Luna geht, weil sie weiß, da ist nix, gar nix, keine Gefahr und nur Freundschaft. Ja, das ist ja ganz entspannt. Ich glaube, es wäre eine andere Reaktion gewesen, wäre Harry mit Cho oder so da hingegangen. Oder mit Romilda Vane. Ja, genau. Ja. Weil die steht ja auch ein bisschen auf Harry. Ja, ein bisschen. Weihnachten verbringen dann alle im Fuchsbau, außer Hermine, ich glaube, die ist nicht dabei. Und wer muss sich ein Zimmer mit Fleur teilen? It's Ginny. Ginny. Und ihre Geschwister unterhalten sich kurz über diese Situation und vermuten wahrscheinlich ganz richtig, dass Weihnachten damit für Ginny gelaufen sein könnte. Und da habe ich mich gefragt, warum sind nicht Bill und Fleur in einem Zimmer? Weil die sind ja auch erwachsen, selbst wenn. Ja, weil Ginny sich mit keinem Jungen das Zimmer teilen soll. Weil das sind doch hauptsächlich ihre Geschwister, also da kann man da nicht irgendwie Betten tauschen und dann kann Ginny nicht bei den Zwillingen mit im Zimmer schlafen? Also ich weiß es ja nicht. Also wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahren würde und meine Eltern würden sagen so, du schläfst jetzt bei deiner Schwester und Basti, der kriegt hier seinen eigenen Raum und er muss bei meinem Bruder schlafen, dann würde ich auch sagen so, Muttern, Vatern. Also ich weiß es ja nicht. Aber hätte deine Schwester Bock, mit deinem Bruder in einem Zimmer zu schlafen? Ach, ich glaube, das würden die machen. Warum auch nicht? Ich würde auch bei meinem Bruder im Zimmer schlafen. Ja, also ich glaube, das ist eher so dieser Gedanke, dass die sagen, okay, Ginny ist halt sonst das einzige Mädchen, weil eben Hermine nicht da ist und alle anderen teilen sich. Es ist nicht so, als hätte jemand sonst alleine ein Zimmer, sondern alle anderen teilen sich ja auch. Ja, ich dachte mir nur, vielleicht möchte Molly, Fleur und Bill einfach noch ein bisschen trennen und nimmt es quasi in Kauf, dass ihre Tochter, ihre Einzige, dann einfach ein bisschen genervt oder genervt ist ein falsches Wort, abgefuckt ist darüber. Ja, um natürlich auch Ginny auf ihre Seite zu ziehen, Bill das auszureden mit der Hochzeit wahrscheinlich. Ja, okay, ja, das kann sein. Alles Manipulation. Bisschen Öl ins Feuer gießen sozusagen. Ganz weirde Situation auf jeden Fall. Das stimmt. Es ist auch so, dass Ginny wohl für die Deko im Wohnzimmer verantwortlich war, weil Harry fällt auf, dass das Wohnzimmer so stark geschmückt ist, dass es wirkt, als würde man in einem Vulkanausbruch von Lametta sitzen. Das ist geil. Ich finde es ja mega. Ich finde es super toll. Ich fand Lametta mein ganzes Leben lang kacke, bis ich vor ein paar Jahren so meinen ersten Weihnachtsbaum hatte, so einen richtigen. Und jetzt liebe ich Lametta. Ich finde, ich mache mir Lametta um eine Gardinenstange. Ich bin jetzt ein Lametta-Freak. Klasse. Finde ich gut. Man kann das ja auch wiederverwenden. Also muss man ja nicht wegwerfen wegen Plastikmüll. Das ist schon immer so ein bisschen in meinem Hintergedanke, immer im Hinterkopf. Aber das wirft man ja nicht weg. Und je mehr es wird, desto weihnachtlicher sieht es hier aus. Sehr schön. Ich liebe es. Toll. Ja. Ja, und als Engel für die Spitze des Baumes nimmt sie ja heimlich einen Gartengnom, der Fred in den Knöchel gebissen hat. Ja, klar. Also dafür, dass sie Tiere so liebt, geht sie mit dem allerdings nicht so gut um, weil der wird von ihr und den Zwillingen Gold angemalt, mit einem Schockzauber gebannt und in ein Ballettröckchen und Flügel gezwängt. Das ist so krass, oder? Es könnte aber auch einfach Fred und Georges Idee sein und sie hat ihn einfach nur da oben platziert. So genau wissen wir es nicht. Oder sie hat ihn angemalt, weil die Jungs sagen, sie können nicht so gut malen. Ja. Sie könnte ja trotzdem sagen, nee, wir machen das nicht, weil das ist T-Quälerei. Magische Wesen. Gnome-Quälerei. Quälerei. Ja. Ja. Er muss nicht sein. Und Termine so. B. Ah. Gnome. Gnome. Ah, genau. B-L-F-R. Gnome. Und um sich die Zeit über Weihnachten zu vertreiben, spielt Ginny wohl mit den Zwillingen auch mal eine Runde Zauberschnipp-Schnapp. Und beim Essen weist Ginny Harry fröhlich darauf hin, dass er eine Made im Haar hat und fischt sie dann aus seinen Haaren. Wieso ist sie fröhlich dabei und nicht angeekelt? Und wo kommt diese Made her? Das kann ich dir sagen. Und wieso sagt kein anderer was dazu? Ja, weil Harry bekommt ja seine Weihnachtsgeschenke und er bekommt auch eins von Creature. Und Creature hat ihm einfach ein Paket mit Maden geschickt. Und warum ist es dann in den Haaren? Ja, der hat seinen Kopf wieder ein bisschen zu tief da reingesteckt, wie immer ins Denkarium. Bah. Ja, ich weiß nicht. Die Made ist da vielleicht rausgepurzelt und hat sich dann an Harrys Haarpracht festgehalten. Warum sie darüber so fröhlich ist, weiß ich nicht. Es erinnert mich auch so ganz strange an diese Filmszene, wo Madame Maxime im vierten Teil beim Weihnachtsball Hagrid diesen Käfer oder was auch immer aus dem Bad holt und den isst. Also ich weiß nicht, ob das irgendein Krümel, also ich möchte darüber auch gar nicht nachdenken. Ich habe schon wieder ekel Gänsehaut. Also wenn einer meiner Familienmitglieder oder Basti irgendwer eine Mademacher hätte beim Weihnachtsessen oder egal welchem Essen, würde ich schreien und ich würde angeekelt gucken. Und eventuell würde ich das nicht anfassen. Nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Vielleicht mit der Gabel und dann würde ich die Gabel in den Müll werfen. Ja. Ich würde sehr angeekelt gucken und würde auch danach noch angeekelt gucken. Ich hätte, glaube ich, einen Dauerekel-Ausdruck. Ja. Ich würde wahrscheinlich zwei Stamperl Sambuca trinken drauf, um klarzukommen. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall. Das könnte auch dagegen helfen, dass Percy ja plötzlich erscheint. Er hatte sich zwar für Weihnachten eigentlich nicht angekündigt, aber kommt dann ja zu einem Überraschungsbesuch mit Scrimgeour. Und während Harry und Scrimgeour draußen eine Runde drehen, eskaliert es drinnen, denn Fred, George und Ginny bewerfen Percy mit Pastinakenpüree, was ihn dazu veranlasst, aus dem Haus zu stürmen. Auch so kindisch, ne? Aber irgendwie auch witzig. Ja. Es ist frech und dreist, aber es ist auch lustig. Aber es ist auch ein bisschen drüber. Kurzer Exkurs zu Pastinakenpüree. Es ist richtig ekelhaft. Basti hat das letztendlich gemacht. Widerlich. Hm. Warum sollte man Pastinakenpüree machen, wenn man auch Kartoffelpüree machen kann? Kartoffelpüree auf die 1, Pastinakenpüree auf die 100. Ich weiß nicht warum. In meinem Studium bin ich das erste Mal mit Pastinaken in Berührung gekommen. Das war aber keine echte Pastinake, sondern ich musste in einem englischen Text das Wort Parsnaps übersetzen. Und das habe ich hier jugogelt und das war die Pastinake. Und ich dachte mir so, wat'n Scheiß, warum lerne ich das gerade? Ich weiß es bis heute. Jetzt ist ja schön, wenn du mal Pastinaken kaufen musst in einem englischen Land oder da, Dann werde ich bestimmt kein Püree damit machen. Du kannst die dann kaufen und dann können andere die verwerten, aber schmecken tut es einfach nicht. Du hättest es auf Basti werfen sollen, so wie die das auf Percy werfen. Ja. Das werde ich wohl beim nächsten Mal machen, weil ich befürchte, dass ich nicht das letzte Mal Pastinakenpüree von ihm vorgesetzt bekommen habe in meinem Leben. Ja. Er findet viele Sachen gut. Aber Pastinakenpüree? Er findet dich gut. Ich hoffe doch. Sein Geschmack ist toll. Normalerweise. Naja, schön. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Einige Tage nach Neujahr stellen sich dann alle inklusive Genie der Reihe nach vor dem Küchenfeuer auf, um nach Hogwarts zurückzukehren. Und das Ministerium hat nämlich diese einmalige Verbindung zum Floh-Netzwerk eingerichtet, damit alle sicher zurück in die Schule können. Die Zeiten sind nämlich kompliziert, wie wir wissen. Und da kannst du nicht einfach hin und her springen, wie du willst. Ja, und da ist Molly dann ein bisschen traurig und muss auch weinen. Und Genie tröstet sie dann so ein bisschen und tätschelt ihr so den Rücken. Die Beziehung zwischen Genie und Dean scheint auch etwas zu leiden in letzter Zeit. Als Hermine, Harry und Genie fragt, ob sie sich zusammen einen Tisch im Gemeinschaftsraum suchen wollen, da muss Genie zu ihrem Treffen mit Dean. Aber sie wirkt nicht so, als wäre sie begeistert. Also da scheint schon irgendwas im Argen zu sein. Es kriselt im Paradies. An Rons Geburtstag wird er ja erst mit Liebestrank belegt und dann auch noch vom Med vergiftet. Und im Krankenflügel besuchen ihn Harry, Hermine und auch Genie natürlich. Genie musste wohl auch den ganzen Tag vor der Tür warten, bis Madame Pomfrey sie erst am Abend reinließ, damit sie Ron besuchen konnte. Also Poppy ist einfach sehr streng. Ja, Genie und Harry diskutieren ja auch viel, wie es zu dem vergifteten Med gekommen sein könnte. Aber sie kommen natürlich nicht zu einer richtigen Lösung. Als dann Fred und George kommen, bringen sie neue Theorien auf. Zum Beispiel, dass es Slughorn auf Harry abgesehen haben könnte. Aber Genie kann das nicht so recht glauben, dass Slughorn ein Todesser sein soll. Weil sie glaubt, dass er unschuldig ist und das Gift eher für ihn bestimmt war oder für Dumbledore, weil er ja die Flasche an Dumbledore verschenken wollte. Und dann liegt sie ja mal wieder goldrichtig, die kleine Maus. Warum arbeitet Harry nicht öfter mit Genie zusammen? Die hat gute Ideen. Ja, ich wiese es auch nicht. Ja, und dann steht ja auch schon das nächste Quidditch-Spiel an. Das geht hier auch zack auf zack, habe ich das Gefühl in diesem Schuljahr. Das ist gegen Hufflepuff. Genie ist schon im Umkleideraum, als Harry hereingestürzt kommt und sie fragt ihn auch sofort, wo er gewesen ist. Und er erklärt, dass er Malfoy im Schloss gesehen hat, wie er da so rumgelaufen ist. Und auf Harrys Anmerkung hin, dass er nicht herausfinden konnte, was Malfoy da gemacht hat, fragt Genie, ob das wirklich so wichtig sei. Also Harry ist da ja auf seinem Trip mit Draco, dem man da ja so ein bisschen folgt, der ja so verdächtig ist. Und ich meine, Genie hat in dem Moment schon so ein bisschen recht, ob es jetzt wirklich wichtig ist, sich auf Malfoy zu konzentrieren, wenn man eigentlich jetzt spielen muss. Aber ja, das kann Genie ja nicht wissen, weil er arbeitet ja nicht mit ihr zusammen. Er hat ja auch sonst nichts verraten. Aber es ist ja schon immerhin ein Fortschritt, dass er sie daran jetzt teilhaben lässt. Hätte er ja vor einem Jahr wahrscheinlich nicht erzählt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist ja auch das Spiel, wo Luna Stadionsprecherin ist. Und sie erzählt allen, dass Genie total nett ist. Das findet MacLagan allerdings nicht, weil er kritisiert sie während des Spiels, weil sie sich hat den Koffel wegnehmen lassen. Und währenddessen kassiert er aber auch ein Tor, ohne es zu merken. Ja. Ja, er hat da ja, also MacLagan ist ja immer unsympathisch, aber der hat ja da so ein bisschen so das Zepter an sich gerissen. Ja, das ist das Katastrophenspiel. Ja, genau. Ja, aber Genie schießt immerhin noch ein Tor. Ja, immerhin. Ja, weil das endet ja katastrophal. MacLagan schlägt Harry und der muss in den Krankenflügel und Gryffindor verliert einfach Haus hoch. Aber immerhin bekommt Harry Besuch auch von Genie. Ja, immerhin. Warte mal, da ist Harry noch gar nicht ansprechbar. Ich glaube, sie kommt vorbei. Da kriegt Harry aber gar nicht mit. Das ist ja irgendwie auch ganz sweet. Sie erzählt an Ron aber erstmal den neuesten Tratsch, nämlich dass Harry zu spät kam, weil er eben Malfoy getroffen hat. Und das ist wieder so eine kleine Plaudertaschenaktion, dass sie das direkt an Ron weitererzählt. Irgendwann später ist es dann so, dass Ginny und Dean sich gestritten haben und Hermine tratscht das an Harry weiter. Laut Hermine ging es dabei darum, dass Dean ja darüber gelacht hat, dass Cormac Harry den Klatscher da um die Ohren gehauen hat. Ich finde, es ist schon ein Grund, darüber zu lachen. Vor allem jetzt, wo es Harry wieder gut geht. Es ist ja jetzt kein ernsthafter Schaden. Da finde ich das schon auch irgendwie ein bisschen lustig. Also so schlimm von Dean war das jetzt nicht. Ja, Ron fand es ja auch lustig. Ja, klar. Man muss auch dazu sagen, dass Ginny aber vielleicht eh einen Grund gesucht hat, um pissig sein zu können, ohne dass es so ganz random ist. Dann hat sie halt den erstbesten Grund genommen, den es so gab. Vielleicht hat sie sich auch im ersten Moment Sorgen um Harry gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach froh war, dass es jetzt eine Situation gab, in der sie quasi so ein bisschen, wenn sie eh schon so ein bisschen unzufrieden war, vorher schon jetzt quasi dem auch das so ein bisschen eröffnen kann und so ein bisschen so. Ja, es war so ein bisschen der Tropfen, der dem fast zum Überlaufen kommt. Ja, und ob das jetzt so sinnvoll ist und kommunikativ richtig, weiß ich nicht. Aber sie ist auch ein Teenager. Ich finde es okay, dass man da jetzt nicht immer die beste Lösung für alle findet. Also da muss man auch mal durch. Tatsächlich kriselt es ja aber jetzt irgendwie schon immer mal wieder und immer häufiger bei Ginny und Dean, weil er offenbar einfach zu nett ist und zu zu vorkommend für sie. Und er behandelt sie halt einfach wie eine Prinzessin, was ja bei Ginny nicht so wirklich sinnvoll ist, weil sie ja dieses Verhalten von ihrer Mutter schon so nervig findet, dieses Vermutternde. Und ich glaube, das braucht sie halt in der Beziehung erst recht nicht. Ja, es ist glaube ich so ein bisschen so, Dean versucht auf diesen Streit hin, Ginny alles recht zu machen und damit macht er eigentlich alles falsch. Ja, das stimmt. Also so ein bisschen, er versucht das Richtige zu machen, geht aber nicht und richtig los geht es ja dann auch erst an dem Abend, als Harry den Felix Felicis drank genommen hat und damit unbeabsichtigt Ginny angestoßen hat, als sie gerade so durchs Porträtloch gehen wollen. Alle, da staute es sich quasi so einen kurzen Moment. Sie denkt quasi, dass Dean ihr durchs Porträt helfen wollte, so als Einstiegshilfe, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Und dann kommt da ja nochmal ein Streit raus, weil er so übervorsorglich ist und ihr mit allem helfen will und sie das ja alleine kann. Ich glaube, sie steigert sich da einfach sehr rein. Es geht gar nicht mehr darum, es geht einfach nur darum, dass die beiden einfach nicht füreinander gemacht sind und einfach nicht harmonieren. Ja, letztendlich trennen sie sich dann ja auch voneinander. Ja, eben. Ob das jetzt wirklich nur wegen des Glückstranks war, wer weiß das schon? Ich weiß nicht, aber ich habe mir gedacht, nee, ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dieser Trank funktioniert ja immer nur, also das ist ja, es ändert sich ja nicht alles um dich rum, aber die Zufälle sind ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ende zwischen Dean und Ginny eh schon vorhersehbar war. Aber ich könnte mir vorstellen, durch den Glückstrank wurde halt irgendwie die Situation so, weil für Harry ist es ja Glück. Ja, ja, klar. Weil Ginny ist jetzt wieder frei, ne? Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wenn der Glückstrank nicht mit dabei gewesen wäre, dass die vielleicht noch zwei, drei Wochen oder so lange ausgehalten hätten. Ja, genau. Also früher oder später hätten sie das so oder so getrennt. Eben. Aber so war es halt früher, weil Harry hatte halt Glück. Ich habe mir noch ein bisschen Gedanken über Ginny und Harry gemacht in dem Moment, weil ich glaube nämlich, dass Harry sowieso die ganze Zeit überhaupt nicht bereit gewesen wäre, eine Beziehung, eine richtige Beziehung einzugehen zu Ginny. Ich glaube, er hat erst durch Dean richtig gemerkt, dass ihm da was durch die Lappen geht und er macht ja auch, Harry macht ja auch die ganze Zeit keinen guten Move und dadurch, dass Ginny sich so rar macht, das war das Cleverste, was Hermine hier hätte raten können. Und da habe ich mir nämlich noch gedacht, eigentlich ist das ja für so ein, jetzt lassen wir mal 17 Jahre später weg, was da ist, ist egal, sondern für diesen Moment ist Ginny ja eigentlich auch die perfekte Partnerin für Harry, weil die haben so viele Gemeinsamkeiten, die Familien, also Harry ist in ihrer Familie auch fest verankert und sie sind ja auch irgendwie befreundet. Und ich glaube, das ist total sinnvoll, aus so einer Situation so eine erste richtige Beziehung einzugehen. Ich glaube, dass man da viel mit richtig machen kann. Also ich finde es gut, dass Harry diese Cho-Döse leider fallen gelassen hat und dieses Monster, was Harry da in sich rumträgt, dieses Eifersuchtsmonster, hat ja auch was dazu gebracht. Also es hat Harry ja doch zum Nachdenken gebracht. Deshalb finde ich es gut, dass Ginny sich ausprobiert hat und festgestellt hat, was sie auf keinen Fall will. Und Harry festgestellt hat, auf eine andere Art und Weise, was er will. Und deshalb passt dieser Moment jetzt am besten. Das stimmt. Ich finde das gut. Ja. Weiß auch nicht, wollte ich euch mal mitteilen. Und es ist auch das, was wir, ich weiß gar nicht, ob es in Harrys oder in Cho's Folge oder in Ginny's Folge auch schon mal war, wir hatten das gesagt, dass Harry ja eben jemanden braucht, wo er auch mal den Kopf an die Schulter lehnen kann. Und bei Cho war es immer so, dass sie sich ausgeheult hat und sie war so emotional. Und er kann halt mit so viel Gefühl einfach auch nicht umgehen. Nee, genau. Und bei Harry und Ginny ist es halt so eine Grundvertrautheit. Die müssen sich nicht kennenlernen, weil sie kennen sich schon. Und das ist natürlich einen ganz großen Vorteil, den sie da haben. Ja, und was er auch ist, Harry ist ja oft auch so ein Elefant im Porzellanladen. Also der ist ja nicht immer einfühlsam. Und ich glaube, Cho ist ja doch ein bisschen zart beseiteter, dass Harry da sehr viel Rücksicht immer nehmen müsste. Und wahrscheinlich ist er auch immer zu spät wäre. Er würde erst rumpoltern und dann wäre es schon zu spät und Cho wäre schon emotional viel zu bekloppt. Und man könnte, glaube ich, da nichts Gutes mehr rausmachen. Und dadurch, dass Ginny da ja oft auch in solchen verrückten Zeiten oft so clever und cool handelt, könnte ich mir halt vorstellen, dass das auch in einer Beziehung total sinnvoll ist und dass die sich da ganz gut ergänzen. Und keiner dem anderen mit seinen merkwürdigen emotionalen Ausbrüchen auf die Nerven geht. Und ich glaube, wenn du da nicht ständig Reibungspunkte hast, dann hast du von Grund auf, glaube ich, eine stabilere Grundlage. Dass du dich streitest, ist ja klar. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass J.K. das sehr clever aufgebaut hat, die beiden nach und nach so. Ja, die sind einfach füreinander gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich das beste Paar aus The Wizarding World. Ja, es wundert mich aber trotzdem, dass Ginny so diese Trennung erstmal so einfach hinnimmt. Also wir merken ihr gar keine Reaktion an. Nee. Ich meine, ich glaube schon, dass sie Dean mochte. Ich meine, klar, am Ende war es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber die waren ja doch recht lang auch zusammen und ja, finde ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Aber Harry empfindet Ginny jetzt erst recht so auch als Herz und Seele der Quidditch-Mannschaft. Sie bringt nämlich immer ständig alle zum Lachen. Sie macht Ron zum Beispiel nach oder Harry, wie er McLaggen Befehle zubrült, bevor er K.O. geschlagen wird. Und alle amüsieren sich königlich und Harry ist froh, nun einen Grund zu haben, sie anzugucken, während sie ihre Parodien vorführt, weil er beim Training wohl einige Male vom Klatscher getroffen wurde, weil er sie angestarrt hat. Oh Gott, wie unangenehm. Das fing jetzt schon ein bisschen, ja. Also er ist da jetzt inzwischen echt wirklich all in. Er ist geradezu süchtig nach Ginny. Also er hat irgendwie das Gefühl, er muss immer mit ihr reden, mit ihr lachen, mit ihr Zeit verbringen. Auch wenn er irgendwie ein schlechtes Gewissen hat wegen Ron, aber... Na immerhin. Ja, Harry hat natürlich auch die Sorge, es könnte ihm jemand zu vorkommen. Jetzt ist Ginny Single like a Pringle und sie lässt ja auch nichts anbrennen, das wissen wir ja. Und deswegen ist das natürlich schon eine Sorge, die man haben kann. Total. Wegen Harrys Duell mit Draco bekommt er ja dann Quidditch-Verbot und Ginny muss für ihn als Sucher einspringen, während Dean wieder ihre Position als Jäger übernimmt. Also auch wieder eine ganz wilde Dreieckskombi hier. Und Harry hat natürlich Sorge vor Ginny's Enttäuschung, weil er jetzt ja die Mannschaft quasi verlassen muss und malt sich dann auch irgendwie aus, dass sie und Dean wieder zusammenfinden. Ja, genau. So ist Ginny auch. Hermine macht es ja auch nicht besser, weil sie ihm ja noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen macht, weil er immer noch Flüche aus dem Buch vom Heilblutsprinzen verwendet. Ein bisschen verstehe ich Hermine da natürlich. Ginny verteidigt Harry allerdings, weil sie sagt zu Hermine, dass es eher so aussieht, als ob Malfoy versucht hat, einen unverzeihlichen Fluch irgendwie auf Harry abzufeuern und sie froh sein sollte, dass Harry eben diesen Sektum Sempra-Zauber eingesetzt hat, um eben Schlimmeres zu verhindern. Und da ist Ginny eindeutig der Meinung, dass Harrys Handeln in der Situation einfach richtig war, um eben eigenen Schaden abwenden zu können. Und dann denke ich mir so, ja, also wir werden, es ist schon sehr heikel, finde ich. Ja, ich meine, es ist halt dieses berühmte moralische Dilemma, so Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und nur weil jemand einen unverzeihlichen Fluch auf dich wirken will, heißt es nicht erstens, dass es auch so wirkt, weil man muss es ja auch so meinen. Ja, genau. Ja, genau. Also Flüche benutzen kannst, die du nicht kennst. Ja, sie ist blind von dir. Und auch nicht weißt, wie du sie dann bekämpfen kannst, ja. Ja, das ist halt dann schon ziemlich krass. Ja, stimmt. Weil so Schockzauber und so, ja okay, meinetwegen. Auch das hätte er ja verwenden können. Ja, klar. Ja, aber, weil Harry ist ja ein guter Zauberer, ist ja ein guter Duellant. Ich meine, wenn einer duellieren kann, dann ja wohl Harry. Und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, was da so Ginny's moralischer Kompass ist oder ob sie einfach versucht, so ein bisschen an Harry heranzurücken. Ja, ich glaube, es ist einfach so eine Prinzipsache, dass sie jetzt auf Harry's Seite einfach ist. Und Hermine widerspricht ihr ja nochmal und sagt, der Spruch war irgendwie nicht gut. Und dann will sie das ja auch noch belegen damit, dass sie jetzt ja eben diese Nachteile im Quidditch haben. Aber da faucht Ginny sie tatsächlich ziemlich an, dass Hermine ja gar keine Ahnung hat von Quidditch. Und das ziemlich peinlich für Hermine wird, wenn sie jetzt weiter darüber redet. Und das finde ich schon ganz schön schnippisch. Da denke ich mir so, alles vorher die Meinungsverschiedenheit, schön und gut. Aber da jetzt so persönlich zu werden, das ist jetzt nicht notwendig. Da merkt man so ein bisschen wieder, dass Ginny so schon eine kleine Zicke auch sein kann. Ja, genau. Und vor allen Dingen, eigentlich hat sie ja gerade in diesem Schuljahr doch ein sehr enges Band zu Hermine. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das wirklich sein muss. Also so nachtreten. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, also Ginny ist ja mit so vielen Brüdern auch groß geworden. Und die sind ja wirklich nicht zimperlich mit ihr. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ginny manchmal so ein bisschen um sich schlägt und so zickig ist, weil sie es auch einfach gar nicht anders kennt. Ja, ich glaube auch. Ja, gerade je näher, ich könnte mir auch vorstellen, je näher du ihr kommst, desto mehr ist sie so. Dass sie vielleicht zu Mädels, die sie nicht so gut kennt, sowas vielleicht gar nicht sagen würde. Aber Hermine und sie sind ja schon auch sehr nah, dass man dann quasi mehr so ist, wie man eigentlich ist. Und dass man dann auch mal ehrlicher ist und einfach nicht über alles zweimal nachdenkt, sondern einfach raushaut. So wie sie es halt bei ihren Brüdern auch machen würde. Also das ist quasi so der Preis, den man zahlt, wenn man eng mit Ginny befreundet ist. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, Harry und Ron sind ja auch sehr überrascht, weil die beiden ja eigentlich eben so gut befreundet sind. Aber Harry findet das Ganze ja auch gut, dass Ginny sich seinetwegen mit Hermine gestritten hat. Und da dachte ich mir so, ähm, bisschen doxisch oder was ist hier los? Ja. Also das finde ich jetzt schon wieder bedenklich. Ja, Harry und Ginny, du. Beim nächsten Quidditch-Spiel tritt Ginny als Sucherin an gegen Cho, also sie spielen gegen Ravenclaw. Und Ginny fängt den Schnatz und so gewinnt Gryffindor 450 zu 140, glaube ich. Also die sind ziemlich gut. Mhm, das ist das ultimative Battle. Ja, genau. Als Harry dann endlich in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum kommt, um mit den anderen zu feiern, da rennt Ginny auf ihn zu und Harry küsst sie einfach. Als sie sich dann voneinander lösen, pfeifen und lachen einige. Dean hat auch ein zerbrochenes Glas in der Hand und Romilda Vane ist auch ziemlich stinkig. Aber Hermine strahlt und Ron sieht zwar so aus, als hätte ihm jemand ein Schlagholz auf den Kopf geschlagen, aber er zuckt nur mit dem Kopf, so als würde er das dann irgendwie doch auch tolerieren. Ja, romantic. It is romantic. Es war einfach der Moment. Magic Moment. Was ich aber schön finde, ist, dass Harry und Ginny danach einen sehr, sehr langen Spaziergang machen, bei dem sie irgendwie über alles reden. Vielleicht auch ein bisschen über das Quidditch-Spiel, aber erstmal so über deren Beziehung wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, weil, das ist so lustig, sie machen dann diesen Spaziergang und Harry denkt dann noch so, ja, bei dem sie, wenn sie noch, wenn sie Zeit hatten, vielleicht über das Spiel sprechen können. Wo ich auch dachte so, naja, offenbar, was macht ihr denn die ganze Zeit, wenn die Zeit irgendwann knapp wird? Das fand ich so lustig. Harry ist einer seiner besten Momente. Ja, natürlich reden ja alle über diese entstandene Beziehung, aber das ist den beiden ziemlich egal, auch wenn es Ginny schon nervt, dass sie von Romilda Vane gefragt wird, ob es stimmt, dass Harry ein Hippografe-Tattoo auf der Brust hat. Ja, Moment. Ich finde das so lustig, weil, ich weiß nicht, soll ich dir meine Analyse zu dieser Situation? Okay, ja, bitte. Hier steht, bin ich eigentlich in einem Fiebertraum? Ich erinnere mich null daran, dass ich das jemals gelesen habe, diese Stelle, ja. Das steht hier übrigens so, XD. Ich kann nicht mehr. Ich frage mich, warum du das vergessen konntest. Das ist für mich die unangenehmste Szene in allen Büchern. Also, nee, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, weil es gibt schon noch unangenehmere, aber die ist schon wirklich sehr unangenehm, weil... Total. Ich meine, Ginny ist ganz pfiffig, weil sie natürlich irgendwie dann sich so ein bisschen so eine Lüge ausdenkt für Romilda und sagt, nee, es ist ein ungarischer Hornschwanz, weil das machomäßiger ist. Also, allein dieses Wort finde ich schon extrem strange irgendwie. Ganz merkwürdig. Und weißt du, ich habe hier noch kommentiert, ich habe mich selbst kommentiert, hier steht noch, das hört sich eher nach einer Fanfiction an, diese Unterhaltung. Ja, genau. Ja, weil es wird noch schlimmer. Harry findet das ja alles total lustig. Und Ginny gibt dann ja aber auch noch zu, dass sie erzählt hat, dass Ron einen Minimove tätowiert hat, allerdings niemandem verrät, wo, wo ich mir denke, nobody needs to know. Und dieser Humor von Ginny, das ist ja vielleicht etwas, was Harry sehr an ihr mag, ja. Also, die beiden hatten in den letzten Büchern ja schon immer wieder so Momente, wo die sich so angucken und dann wegsehen müssen, um nicht so laut lachen zu müssen. Und sie teilen ja irgendwie diesen gemeinsamen Humor. Und das findet Harry ja an ihr auch so besonders. Ich finde es aber noch extrem unangenehm, dass sie so an Harrys Bein lehnt und so auf dem Boden. Und das erinnert mich so an diese Szene von Pansy und Draco, wo er ihr im Zug erlaubt, ihm die Haare zu streicheln. Und das ist, finde ich, alles immer so, ich weiß ja auch nicht. Es ist super cringy. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand so sieht und denkt sich so, oh, voll die schöne Szene. Nee, ich finde es extrem unangenehm. Ich finde die Stellen lustiger, wo die beiden irgendwie so Witzchen machen oder von mir aus spazieren gehen oder was auch immer. Aber solche Unterhaltungen, ich weiß nicht. Das hat bei mir in der Harry Potter Welt irgendwie nichts zu suchen. Stimmt, aber es gibt ganz viele so Fanart, wo gerade diese Szene mit Draco und Pansy gemalt worden ist. Ja, aber bei denen ist es ja unangenehm, aber absichtlich unangenehm. Aber bei Ginny und Harry, das soll doch schön sein. Das soll doch jetzt was sein, wo man sich als Leser denkt, boah, die harmonieren voll. Ja, aber das ist keine Szene, wo ich denke, die harmonieren voll. Manchmal habe ich den Eindruck, und das finde ich voll schade, weil für mich ist das nicht Harry. Für mich ist das ein Harry, der irgendwie in einer Beziehung cool und lässig sein will. Aber Harry ist nicht cool und lässig. Und ich finde das irgendwie schade, weil er auch in diesen Szenen, es gibt ja nicht viele davon, aber in diesen Szenen mit Ginny ist er ganz oft so angepasst an Ginny. Ja, genau. Das finde ich auch. Und weil ich nämlich finde, dass diese Art, du hast gerade gesagt, dass sie diesen Humor teilen, aber ich weiß gar nicht, ob sie diesen Humor teilen. Oder weil Harry jetzt ja gar nicht so der Typ dafür ist, Ron immer so hops zu nehmen. Es ist ja eher andersrum, dass Ron mal Harry einen Spruch drückt, aber es ist ja selten so, dass Harry… Ja, er lacht halt immer mit. Harry sagt das vielleicht selber nicht so, aber er lacht auch immer, wenn die Zwillinge ihn aufziehen und so. Ja, ja, das stimmt schon. Da ist er ja schon auch immer der Erste, der lacht. Aber ja, du hast recht. Ja, vielleicht findet er es gut, dass Ginny es wagt, mal was zu sagen. Aber er mischt sich ja mit ein, weil er sagt dann ja und hast du auch über Rons Tattoo oder sowas gesagt. Und dann dachte ich so, Harry, seriously, wieso kommt das von dir? Da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, es ist eigentlich gar nicht so Harrys Ding. Also er stichelt da ja, ist ja gar nicht so der Typ dafür. Und da dachte ich schon so, hm, das ist schon wie ein Fiebertraum, diese Unterhaltung. Ja, wirklich. Das ist wirklich ganz komisch. Keiner braucht das. Und Finally, diese Situation verändert einfach auch überhaupt nichts. Also diese Seite, die du da liest, die hätte auch im Buch überhaupt nicht vorkommen können und es hätte nichts geändert. Ich habe mich dann aber auch noch was gefragt. Und zwar, hat Ginny irgendwie eine Eule mit den News nach Hause geschickt? Oder ist Ron der einzige der Weasleys, der von dieser Beziehung weiß? Weil die anderen sind ja nicht mehr in Hogwarts und die sehen sich ja auch über das Schuljahr hinweg gar nicht mehr. Und am Ende des Schuljahres, Spoiler, sind die beiden ja schon wieder getrennt. Also erfährt das quasi keiner? Oder ist Ron so ein Gossip Boy, der dann plötzlich alles umerzählt? Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber ist Ginny eine, die dann irgendwie schreibt, hi Mom, Harry und ich sind jetzt zusammen. Er hat übrigens ein Hornschwanz-Tattoo. Also ich glaube, dass es keiner so richtig mitbekommen hat. Und die Auswirkungen davon wahrscheinlich schon, sodass es nach und nach wahrscheinlich die Weasleys schon irgendwie mitgekriegt haben. Die Chemistry. Sie spüren die Chemistry. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ginny überhaupt nicht will, dass Molly das weiß. Nee, das glaube ich auch. Weil wenn Ron schon so ausflippt immer, weil gerade auch in der Situation sagt Ron ja dann sowas so, ja, ihr solltet aufpassen, wie ihr euch mir gegenüber benehmt, weil ich habe euch ja quasi die Erlaubnis gegeben. Ja, ja, genau. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn Ron schon so ist, Molly könnte ich mir vorstellen, dass sie nochmal anders extrem darauf reagieren könnte, um ihre einzige Tochter zu beschützen. Auch wenn sie natürlich Harry sehr liebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das Gleiche ist, wenn du bemerkst, dass dein Ziehsohn plötzlich romantisches Interesse an deiner Tochter hat. Könnte sein, dass sich das dann ein bisschen umkehrt. Und das Gefährliche ist ja, und das empfindet Harry ja schon bei Ron und Hermine so, ist, dass wenn aus Freundschaft Liebe wird, dass wenn die Liebe aber nicht klappt, dass dann die Freundschaft halt vorbei ist. Ja, genau. Und ich glaube, diese Gefahr erkennen sowohl Harry und Ginny ja in ihrer eigenen Beziehung auch. Und bevor du das dann an die große Glocke hängst und danach aber sagen musst, es klappt nicht, ist natürlich auch irgendwo schwierig. Aber auch hier in der Situation ist es ja schon auch so, dass sie dann wieder selbstbestimmt ist und sich auch von Ron nichts sagen lässt. Ja, klar. So können wir Ginny. Ihr Argument ist nämlich, dass Ron wohl mal gesagt hat, dass Harry ihm lieber ist als Dean oder Michael. Ron ist es nur wichtig, dass sie in der Öffentlichkeit nicht rumknutschen. Und das hält Ginny für ganz besonders bescheuert, weil er und Lavender es ja auch so übertrieben haben, in der Öffentlichkeit rumzuknutschen. Aber an sich hat Ginny ja eigentlich auch danach gar nicht mehr so viel Zeit, weil sie muss ja für die ZRGs lernen und Hausaufgaben machen und verschwindet immer nächtelang in der Bibliothek. Genau. Und wenn Harry dann diese Abende alleine verbringt, dann denkt er an die vergangenen Momente, zum Beispiel, wie er und Ginny am See gechillt haben. Und nicht selten bekommt er von Hermine Ermahnungen, dass er Ginny zu sehr vom Lernen ablenken würde. Also es ist hier sehr clingy, sehr touchy und ich glaube, die hängen 24-7 aufeinander, die zwei Mäuse. Ja, glaube ich auch. Ja, aber dann geht es ja los, dass Harry und Dumbledore aufbrechen, um einen Horcrux zu finden. Da gibt er Hermine und Ron seinen Rest von Felix Felicis und sagt ihnen, sie sollen auch Ginny etwas davon abgeben. Leider kann er sich ja nicht mehr persönlich von ihr verabschieden, weil alles so schnell geht. Und das bereut er später, weil er es ja dann doch ganz schön mit der Angst zu tun bekommt und die Situation ja auch sehr brenzlig wird. Und für Ginny ist es bestimmt auch ein Schock, als sie erfährt, dass Harry zu dieser Mission aufgebrochen ist, ohne sich irgendwie so richtig zu verabschieden. Natürlich lässt Ginny es sich dann auch nicht nehmen, Ron und Hermine zu helfen, genau wie Neville und Luna. Ginny war nämlich mit Neville und Ron am Raum der Wünsche und hat auf Draco gewartet. Doch dieser ist mit Finsternispulver und seiner Hand des Ruhmes einfach an ihnen vorbeigeschlichen. Später ist sie beim Kampf am Astronomie-Turm natürlich auch dabei. Als Harry sie sieht, ist sie mitten in einem Duell mit Amicus Carrow. Den finde ich ganz unangenehm. Klar, den kann man auch nicht angenehm finden. Der schreit nämlich so, Kruzio, Kruzio, du kannst nicht ewig tanzen, hübsches, was auch immer er sagen wollte. Aber ich könnte mir vorstellen, hübsches Mädchen oder so. Dann dachte ich mir so, aber wahrscheinlich ist es so, dass Ginny extrem gut ausweichen kann, wenn er sagt, du kannst nicht ewig tanzen. Das heißt, sie ist da sehr flink auf den Beinen. Dass der seine Flüche auch so meint, ist uns schon klar. Das heißt, sie ist da wohl sehr talentiert. Harry beendet das allerdings. Und dann hat Harry quasi Ginny gerettet. Die fragt ihn auch sofort, woher er denn käme. Und die beiden haben aber jetzt in dem Kampf natürlich keine Zeit, sich da irgendwie noch drüber zu unterhalten. Und es geht auch sofort weiter. Ja, Ginny ist es allerdings, die Harry von Dumbledores Leiche zurück ins Schloss führt und in den Krankenflügel bringt. Und Harry hat ja große Sorgen, dass noch jemand tot sein könnte. Aber Ginny beruhigt ihn. Bill ist zwar verletzt, aber es geht ihm ja gut. Und das ist ganz schön stark von ihr, wie ich finde. Weil sie ja nicht selber in Panik verfällt, nachdem, was alles in dieser Nacht passiert ist. Ich meine, sie ist selber dem Tod knapp entkommen. Ich meine, natürlich hatte sie Felix Felicis, aber trotzdem. Und das, was ihrem Bruder angetan ist, das ist ja auch sehr traumatisch. Und dann hat sie auch noch Dumbledores Leiche gesehen und bringt Harry in Sicherheit. Denkt erst mal quasi an Harry und an seine Gesundheit, bevor sie irgendwie selber sich um sich und ihre Gefühle kümmert. Also das finde ich schon echt ganz schön krass. Total. Und ich meine, natürlich zittert ihre Stimme, als sie von Bills Schicksal erzählt. Aber sie glaubt ja auch einfach daran, dass alles gut wird. Nicht mehr so wie früher vielleicht, aber dass es halt nichts richtig dramatisch Schlimmes ist. Ja, aber sie weiß auch schon wieder extrem viel, finde ich. Weil sie kann das alles runterrattern. Wusste sie überhaupt, wo Harry ist? Genau, sie weiß von jedem und sie ist auch extrem gut über Bills Zustand informiert. Das finde ich schon ganz interessant, weil es wird ja nicht sehr viel Zeit gewesen sein. Und irgendwie scheint sie wohl einfach auch ein Gespür dafür zu haben, wem sie gut zuhören muss. Ja, irgendwie hat sie das alles ganz gut unter Kontrolle. Und ich habe so auch das Gefühl, dass sie so alles gut einordnen kann, alles so in einen zeitlichen Kontext bringt. Und sie vermischt ja auch nichts. Also sie bringt ja eigentlich auch nie Falschinformationen. Also man könnte ja sagen, bei dieser Flut an den ganzen Ereignissen könnte man sich auch mal irren. Aber irgendwie ist sie ja extrem clever, das alles gut in diese zeitliche Abfolge zu bringen und niemanden damit zu verwirren. Ja, und was ich richtig krass finde, ist, dass es Ginny ist, die den anderen verkündet, dass Dumbledore tot ist. Also obwohl ja anscheinend so viele Menschen unten waren, als Harry noch bei Dumbledores Leiche war, da haben es weder Ron und Hermine noch Tonks, Lupin und Co. mitbekommen. Ich meine, die sind offenbar alle im Krankenflügel, klar, die waren auch mitten im Geschehen, die sind bei Bill. Warum ist Ginny nicht da? Ginny ist offenbar auf die Suche gegangen nach Harry und hat ihn ja dann auch gefunden, eben bei Dumbledores Leiche. Und ich finde es krass, dass die anderen das irgendwie alle noch gar nicht so mitbekommen haben. Ja, total. So richtig absurd alles. Ja. Und das ist natürlich schon sehr bemerkenswert tatsächlich für so ein junges Mädchen. Und die ja selber auch, sie hat jetzt keinen Verlust erlitten, aber das, was Bill passiert ist, ist natürlich schon auch sehr traumatisch. Und da, finde ich, kann es jetzt nicht voraussetzen, dass da, wie alt ist sie, 15, 15-jähriges Mädchen da super reflektiert und sinnvoll handelt. Also es würde ihr jeder verzeihen, würde sie super kopflos da rumwuseln und würde mal so einen Beruhigungstrang kriegen. Also, na gut, Ginny ist da echt cool. Dann vertragen sich Molly und Fleur und Ginny ist ganz bestürzt darüber, aber sie muss es wohl auch akzeptieren, dass Fleur jetzt ihren Lieblingsbruder heiraten wird. Harry sagt ja auch, dass sie doch gar nicht so übel ist, aber dann fügt er schnell hinzu, dass er sie hässlich findet, weil Ginny die Augenbrauen hochzieht und daraufhin kichert sie nur zögerlich. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen ungesund, muss ich sagen. Das ist wirklich ungesund. Und du kannst doch Leute angucken und du kannst doch dann optisch feststellen, ob diese Person dir zusagt, ja oder nein. Es gibt ja unendlich viele Menschen auf der Welt. Vor allem, wir sprechen hier über eine Halb-Vila. Ja. Was für eine Lüge ist das, wenn Harry sagt, die ist hässlich? Das ist doch gelogen, das weiß Ginny doch. Das kann Ginny doch eh nicht ernst nehmen und für bare Münze. Dann müsstest du dir doch jedes Mal, wenn Harry sagen würde, dass er Fleur ganz unattraktiv findet, lügt er doch. Ich würde mich doch nicht anlügen lassen. Ich könnte viel besser damit leben, würde er sagen, ja, die sieht gut aus. Aber interessiert mich halt nicht. Ja, aber eben. Also da muss sie ja mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen, weil es wird doch, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur Fleur hübsch, es gibt auch andere hübsche Frauen. Ja, eben. Soll Harry jetzt immer die Augen zum, also das ist totaler Quatsch. Und das ist wirklich toxisches Verhalten. Und ich finde, das sollten sie ablegen. Ja. Alle, die so denken, sollten das ablegen. Also du kannst doch deine Optik, deine Augen nehmen etwas wahr und das sendet dein Gehirn und die sagen, oh, hübsch. Und ja gut, aber nur weil du Leute hübsch findest, springst du die ja nicht an im nächsten Moment. Nee. Also. Naja. Wenn das so ist, dann gibt es da auch große Probleme. Ja. Was ja auch noch ist in diesem Schuljahr, ist, dass die Prüfungen verschoben werden. Es wird auch nie gesagt, wann Ginny ihre ZAGs nachholt, ob sie die überhaupt gemacht hat oder ob die irgendwie einfach anhand der Noten oder so. Wir hatten schon viele Jahre, wo Prüfungen ausgefallen sind. Ich weiß es ja nicht. Jedenfalls haben das Trio und Ginny nun sehr viel Zeit und die verbringen sie auch immer zusammen. Und obwohl sie so eng sind und obwohl Ginny in diesem Schuljahr in vieles somit einbezogen wurde, tüftelt das Trio ja doch auch weiterhin Pläne alleine aus. Zum Beispiel verabschiedet sich Ginny einmal ins Bett und erst als sie weg ist, besprechen die drei anderen, was Hermine über den Halbblutprinzen herausgefunden hat. Ich frage mich immer, warum ist Ginny noch nicht so integriert, dass sie diese Geheimnisse mit ihr teilen? Weiß ich nicht. Weil es dann ein goldenes Quartett wäre und das macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, es wäre auch komplizierter, noch eine vierte Person mit einzubinden bei dem ganzen Chaos, der quasi im Sitzen folgt. Also das macht schon Sinn, aber du hast recht. Zu ihrem Selbstschutz vielleicht auch. Ja, doch das vielleicht, aber das würde ja Sinn machen, auf das, was jetzt nach der Beerdigung kommt. Weil sonst würde Ginny auch wieder mitmischen wollen und sie wollen sie natürlich aber auch nicht gefährden und mitnehmen und so. Ja, und da wo Ginny ist, ist Molly nicht weit. Bei der Beerdigung von Dumbledore sitzt Ginny jedenfalls auch bei Harry und sie entdeckt auch als erste den Chor von Wassermenschen, die für Dumbledore singen. Sie lenkt dann aber auch Harrys Aufmerksamkeit wieder auf die Zeremonie, nämlich weil Hagrid Dumbledore zum Sarg trägt. Ginny ist sehr ergriffen und sie weint und sie erwidert Harrys Blick, weil sie schaut ihn mit ihrem harten, glühenden Ausdruck an, den sie auch schon hatte, bevor sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Und Harry weiß dann sofort, dass sie sich einfach verstehen, ohne zu sprechen und er ist sich in diesem Moment sehr sicher, dass Ginny seine Entscheidung akzeptieren wird, weil sie genau weiß, worauf sie sich mit Harry eben eingelassen hat. Die beiden sind sich ja grundsätzlich in sehr vielen Dingen sehr ähnlich, das hattest du ja schon gesagt. Sie sind aber auch beide sehr ehrlich, auch zueinander und sie teilen eben dieselben Werte. Sie kämpfen für diese Werte und sie legen auch super viel Wert auf die Familie. Harry wünscht sich eine große Familie und Ginny hat eben eine große Familie und ist auch sehr loyal. Und er versucht ja dann so ein Gespräch mit ihr zu führen, was ja auch darauf hinausläuft und das weiß Ginny ja auch, dass sie diese Beziehung natürlich nicht mehr weiter fortführen können. Und Ginny hat das natürlich geahnt, dass es irgendwie so einen dummen, edlen Grund dafür geben muss, wie im Anfangszitat. Aber sie weint nicht mal und sie sagt ja auch, dass es ihr egal ist, dass sie in Gefahr sein könnte, wenn sie weiterhin mit Harry zusammen ist, weil Voldemort sie als Köder benutzen könnte. Also sie wäre auch bereit, das Risiko einzugehen. Ginny gesteht Harry dann ja auch, dass sie irgendwie immer gehofft hat, dass er ihre Gefühle eines Tages erwidern würde. Und anschließend sagt Ginny ja so halblachend noch, dass sie gerade wegen der Entschlossenheit von Harry und seinen Mut so viel für ihn empfindet. Das ist ja schon sehr, also auch krass, ne, offen und ehrlich. Ja, aber auch das finde ich wieder so ein bisschen unangenehm, weil Harry bereut es ja irgendwie, dass er Ginny nicht früher so wahrgenommen hat, wie sie ist. Ja, ja. Weil sonst hätten sie ja viel mehr Zeit zusammen gehabt, das ist ja noch okay. Aber Ginny sagt dann so, ja, du warst halt zu sehr damit beschäftigt, die Welt zu retten. Und das klingt dann schon wieder so provokant. Das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Schuljahr von Ginny. Sie ist oft in solchen unpassenden Situationen so hart. Ja, das ist, glaube ich, so wirklich ihr Selbstschutz. Wahrscheinlich, ja. Es ist ja eigentlich gar nicht notwendig, Harry gegenüber hart zu sein, weil er ist ja nur ehrlich und macht sich Gedanken. Und wir wissen genau, dass Harry sich immer, also dass er hält ja seinen Kreis wirklich super klein. Es sind ja eigentlich nur Ron und Termine jetzt noch übrig, nachdem Dumbledore jetzt gestorben ist. Und ich finde es okay, dass er sie nicht auch auf diese Reise mitnimmt. Also ob er es jetzt macht, um sie zu schützen oder ob es zu kompliziert wird. Ja, das finde ich auch. Also ich meine, klar, das hast du ja eben schon gesagt, das ist halt das goldene Trio. Also da passt keine vierte Person rein, das sehe ich auch alles so. Aber diesen heldenhaften Grund, warum er sich gleich trennen muss, weil Voldemort könnte Ginny ja wie als Köder benutzen, so wie er das bei Sirius gemacht hat. Das macht keinen Sinn, weil nur weil man sich trennt, heißt es ja nicht, dass man diese Person nicht mehr retten würde. Also wenn Voldemort Harry catchen würde, könnte er trotzdem noch Ginny nehmen. Als ob Harry dann sagt, ne, ich bin nicht mehr mit der zusammen. Die rette ich nicht, die Alde. Also es macht ja gar keinen Sinn. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das stimmt total. Naja, jetzt wenn die getrennt sind, naja dann. Ne, dann interessiert sie mich nicht mehr. Ne, also ne, also. Also das finde ich halt so ein bisschen, es ist nicht schlüssig irgendwie. Voldemort, hol sie sie doch. Mir doch egal. Also ich meine, das würde ja genauso bei Mrs. Weasley oder so sein. Ja, wenn er Mrs. Weasley irgendwie gefangen nehmen würde und quälen würde, würde Harry doch auch kommen. Total. Ne, du hast voll recht. Das stimmt. Der Grund ist so ein bisschen vorgeschoben, aber ich glaube der Grund, also er macht es dennoch, weil Harry davon ausgeht, also er glaubt fest glaube ich schon daran, dass er Ginny damit schützt. Ja, aber das macht keinen Sinn, weil alleine Draco könnte irgendwie so fünf Personen nennen, für die Harry irgendwie alles riskieren würde. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich meine, wie gesagt, ich sehe diesen Punkt, dass das Trio das alleine machen muss, einfach weil sie schon immer so alleine waren. Aber im Grunde, wenn man es jetzt logisch betrachtet, wäre Ginny am sichersten, wenn sie bei Harry ist, weil dann kann Voldemort sie sich nicht schnappen. Ja, stimmt schon. Vielleicht sieht Harry ja Ginny aber auch so ein bisschen als Ablenkung, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Weil er vielleicht auch ein paar Risiken meiden würde auf der Suche nach Horcruxen, wenn er wüsste, dass Ginny dabei wäre, weil er sie eben nicht in Gefahr bringen will, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass sie eher so eine Hürde wäre für ihn, wenn sie dabei wäre. Oder er wäre zu abgelenkt. Ja, anders abgelenkt. Diesen Beschützerfaktor, das macht keinen Sinn. Nee, das stimmt. Aber vielleicht wollte er einfach nur einen Grund vorschieben und der hat halt für ihn am meisten Sinn gemacht, wo er glaubt, dass sie am wenigsten entgegensetzen kann. Ja, sie diskutiert ja auch nicht mit ihm. Also sie akzeptiert das ja und vermutlich ist die Beziehung für sie aber auch nur so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich glaube, sie spielt schon mit dem Gedanken, dass sollte dieser Kampf irgendwann zu Ende sein und Harry sollte als Sieger da rausgehen, hofft sie wahrscheinlich schon, dass sie wieder zusammenfinden, wenn irgendwie alles vorbei sein könnte. Ja, wahrscheinlich. Ja, so wie sie es die Jahre davor auch schon gehofft hat. Ich meine, warum sollte sie das jetzt einfach aufgeben, nur weil Harry sagt, naja, das passt jetzt gerade nicht so. Also von daher glaube ich, ist es quasi wie vorher. Ja. Schade. Marmelade. Ja, und abschließend kann ich eigentlich nur mich nochmal wiederholen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Ginny sehr gut zu Harry passt, eben weil sie nicht so emotional ist wie zum Beispiel eine Jo und dass sie eben Harry nicht mit zusätzlichen Emotionen noch weiter belastet. Also der kann ja seine eigenen Gefühle kaum in Schach halten und das ist eben das auch, was Harry braucht, dass er jetzt nicht da noch mit noch mehr Problemen belastet wird. Weil Harry, wie gesagt, auch mal eine Schulter zum Anlehnen braucht und die hat er eben in Ginny gefunden. Weil Ginny akzeptiert ja Harrys Entscheidung, auch wenn sie irgendwie für sich eine andere getroffen hat. Und sie ist immer für Harry da und gibt ihm einfach unglaublich viel Halt und Stabilität. Und dass Harry hier jetzt dennoch den Schlussstrich zieht, das finde ich ein bisschen unsinnig, wie gesagt. Aber es ist halt einfach für die Erzählung im letzten Teil der schlüssigste, der schlüssigste Ende. Die heutige Eulenpost kommt von der lieben Mimo. Hello Mimosa Venamosa. Und sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich mag euren Podcast und hätte eine Frage für die Eulenpost. Dürfen Schwangere eigentlich apparieren oder gibt es da vielleicht Sonderregelungen? Macht weiter so. Danke, liebe Mimo. Mein Gehirn arbeitet schon und ich glaube, dass es keine Beschränkungen gibt, weil die Wizarding World eigentlich fast nie irgendwas beschränkt, was zu beschränken gehört. Aber ich würde apparieren auf keinen Fall empfehlen. Also vielleicht am Anfang noch, aber eigentlich auch nicht. Stell dir vor, du zersplitterst. Das geht, oder wie ich früher mal dachte, zersplittert. Das wäre übel. Ich würde das Risiko nicht eingehen, glaube ich. Ich finde auch Besenflug eher schwierig. Ich glaube, ich finde auch Flohpulver. Also ich glaube, Transportwege in der Wizarding World sind für Schwangere nicht so gut. Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, das Gleiche gilt auch für Flohpulver. Und ja, und auch für Potschlüssel. Genauso bescheuert. Genau. Oder die Landung vor allem, wie im Film. Hochlandung oder gehen. Nein, also ich finde, es geht nicht. Es gibt da wahrscheinlich einfach zu viele Risiken und es kann einfach so viel passieren. Ja, total. Klar könnte man auch im Zweifel irgendwie alles ja auch wieder gerade biegen. Vielleicht nicht alles, aber vieles. Ich glaube nicht. Aber ich glaube einfach, nee. Alleine wenn du unglücklich fällst, das wäre ja schon blöd. Ja, genau. Weil ich meine, die Zauberei an sich kann ja so physikalische Gesetze und so außer Kraft treten lassen. Aber ich glaube, Fortpflanzung funktioniert da genauso. Nicht magisch, ja. Ich glaube, dass der weibliche Körper da anatomisch genau das Gleiche ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Zaubererbabys da anders geschützt sind. Nee, nee. Glaube ich auch nicht. Daher würde ich das Risiko echt nicht eingehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich glaube, es ist nicht verboten. Nee, das denke ich auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall nicht geraten. Es sollte nicht empfohlen sein. Nur im äußersten Notfall machst du das vielleicht. Und dann vielleicht auch nicht hochschwanger. Man fliegt ja auch hochschwanger nicht wegen dem Druckausgleich. Ja, genau. Beim Fliegen kommt das nämlich auf den Besen. Dann, wenn du da oben fliegst, ist es mit dem Druck kacke. Also ich würde es nicht machen. Vielleicht könnte man noch so Testral oder Hippogreif machen. Wenn du die ein bisschen dressiert hast quasi. Ja, genau. Irgendwie musst du dich ja fortbewegen. Ja, dann kannst du ja halt nicht sehr auffällig, also nicht sehr unauffällig. Aber wenn du in einem magischen Dorf wohnst, ist es vielleicht nicht so schlimm. Ah, da kommt die Alte wieder mit ihrem Hippogreif. Weil wenn du gut mit dem hinkommst, kannst du dem ja sagen, ein bisschen langsamer, nicht so hoch. Hier eine kleine Pause. Ja. Drachen empfehle ich dann auch nicht, wenn wir schon bei Fortbewegung sind. Nee, um Gottes willen die empfehle ich aber niemandem. Nee. Ja. Sehr schön. Das war doch wieder eine schöne, lange Folge. Ich freue mich schon aufs Schneiden. Ja, ich mich nicht. Aber ihr könnt euch darauf freuen, eine tolle Folge zu hören. Also jetzt habt ihr sie schon gehört. Es tut mir so leid, sagen zu müssen, dass es jetzt vorbei ist. Ja, das war's. Aber es ist nicht schlimm, weil nächste Woche hören wir uns schon wieder bei einer neuen Folge Schokotratsch. Genau. Ich wollte an dieser Stelle noch einmal kurz sagen, dass ich mich sehr freue, immer wenn ich in unsere Merch-Statistik gucke. Denn ihr seid sehr fleißig. It's booming. Yes. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Weihnachtszeit. Das ist so meine Vermutung und an unseren tollen neuen Designs. Und ich habe Antonia schon neue Ideen geschickt. Also wir sind stay tuned. Ja, ich habe auch richtig Bock drauf. Ja, die werden wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr kommen. Aber die werden auch wieder richtig cool. Wir haben ja jetzt gerade erst einen Drop gehabt. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Wir müssen unsere guten Ideen jetzt hier nicht so verpulvern. Ja. Aber danke auf jeden Fall für alle, die uns da in der Hinsicht supporten und den Merch auch gekauft haben. Ja, genau. Oder sich den wünschen oder so. Ja. Ach so. Und eine Sache zum Merch noch. Ich habe meinen einen Pulli aus Versehen in den Trockner geworfen. Er hat überlebt. Also falls euch das mal aus Versehen passiert, keine Panik. Ihr müsst den Trockner nicht aufreißen und alles rausreißen. Er ist nicht eingegangen. Es ist gar nichts mit passiert. Der Druck hat sich nicht verändert. Super. Es ist alles so geblieben, wie es sollte. Also ich glaube, man sollte es nicht dauerhaft in den Trockner werfen. Aber wenn es mal passiert, ist es nicht so schlimm. Sehr gut. Yes, yes. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ach so, vielleicht sollte ich erst mal ein Zeichen geben. Eins, zwei, drei. Ah ja. Antonia tanzt an dieser Stelle immer. Schön. Ah ja. Ehrlich gesagt kann ich mich an meine Notizen schon wieder gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wann ich sie erstellt habe. Es ist so, als würde ich gerade ein fremdes Buch lesen. Ah ja. Ah ja. Ginny saß auf seinem Bett. So nah waren sie sich noch nie. So intim. Sehr intim, wenn Ron und Tammy gerade sind. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Du kannst ja noch mal überlegen und schnallen, ob du es rausnimmst. Auf jeden Fall. Es hat auch nichts Intimes an sich, aber ich finde es lustig, dass Ginny vom Bett fällt. Ah ja. Es war so, Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Jungs. Es war keine Farbe, kein Geschmack, wie ein Witz ohne Lacher. Dreckst du ein bisschen drin. Genau. Ah ja. Ähm. Was ist gelogen? So. Wo bin ich denn hier? Ah ja. Flö, 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 flö. Ah ja. Irgendwann später überbringt Ginny dann aus. Ach so, ich bin schon bei später, wo sie. Ich dachte auch, der Übergang war sehr wild. Das wäre so, als würde sie später auf dem Kurdish-Feld noch was machen. Aber es ist einfach so ein paar Wochen später. Ja, ich dachte, das kommt. Also ehrlich gesagt, war in meinem Kopf so. Na, irgendwann später überbringt sie dann die Nachricht, dass sie jetzt genommen ist und erzählt es dien oder so. Und dann dafür so, warte, Pergament, nee, ich bin raus. Egal, es passt jetzt von der Betonung nicht, aber drauf hier schissen. Ah ja. Wenn wir uns das Date von Ginny und Cho nachfragen. Von Harry und Cho. Ah ja. Dann sofort zu die Melsa, um mir zu helfen. Zu die Melsa, um mir zu helfen. Zu Melsa, um mir zu helfen. Ah ja. Ah ja. Ginny und Deenie? Ginny und Deen. Oh, das ist hier aber eine lange Zeile. Knuteli, duteli. Wir können auch stoppen. Nee, wir können das ja noch kurz machen. Okay. Weil ich bin dann auch eigentlich, also bei meiner nicht ganz Hälfte. Das hast du jetzt interessanter ausgedrückt. Ja, bei meinen Notizen, wenn wir das hinter uns haben hier, bin ich bei meiner nicht ganz Hälfte. Also ich bin noch nicht bei meiner Hälfte. Ja, ich auch nicht. Nicht ganz, halt. Ja, aber das verwirrt mich jetzt trotzdem. Ah ja. Weil mir ist was ganz Doofes passiert. Oh nein. Ich habe in geistiger Umnachtung, anders kann ich es mir nicht erklären, einfach so meine Zeitumkehrer-Schokofrische-Tasse fallen lassen. Da war Kaffee drin, bis oben hin. Ich hatte sie so in der Hand, wie ein normaler Mensch. Es war menschliches Versagen, muss es gewesen sein. Ich habe sie einfach losgelassen. Warum? Voll der Hate. Das weiß ich nicht. Du hast uns gehatet. Ganz merkwürdig. Leute, macht das nicht nach. Nee, das ist wirklich nicht zum Nachmachen. Die geht auch kaputt, kann ich jetzt sagen. Und du hast auch Kaffee im Vorhang. Ich habe, glaube ich, noch nie meine Vorhänge gewaschen. Das ist jetzt Zeit. Ich sollte es mal tun. Ich habe es auch noch nicht getan. Das ist schon zwei Wochen her. Ja, sie lag einfach auf dem Boden. Und dann dachte ich mir, ich wollte, dachte erst mal, ich mache ein Foto von und poste das. Aber dann dachte ich mir so, das will doch keiner sehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Naja, es ist schon vorbei. Ich habe es nicht, also ich habe es mittlerweile, nee, ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Ja, bestellst du sie dir jetzt nochmal? Ja, weil ich voll traurig bin. Das war meine Lieblingstasse. Echt einfach losgelassen, wie so ein Idiot. Also, muss man auch nicht verstehen, ne? Ganz merkwürdig. Schwierig. Ja, wollte ich aber noch mit euch teilen, dass ich traurig bin. Ganz traurig. Das verstehe ich gut. Ich habe noch nie eine Tasse fallen lassen, wäre aber auch nicht so, also doch, natürlich habe ich schon mal eine Tasse fallen lassen. Aber keine von uns. Denn ich gebe Acht auf unseren Merch. Nein, Schatz. Ich habe auch diese Emalientassen, nur die gehen, glaube ich, nicht so schnell kaputt. Ah ja, okay. Nee, die Keramiktassen gehen kaputt. Ach ja, und dann hat meine Mutter, die war dann nämlich ein paar Tage später da, die hat dann meine Rumtreiberkarte auf den Tisch gestellt. Und dann kam unser Hund, Ari. Und mit ihrem langen Schwanz hat sie das einfach so vom Wohnzimmertisch gefegt. Hat sie sich zu sehr über meine Mutter gefreut und schwupps lag sie auf dem Boden. Auch kaputt. Die habe ich allerdings schon nachbestellt, weil die war auf Amazon reduziert, da musste ich zuschlagen. Das war auch eine Tasse. Ja. Du hast nur Karte des Rumtreibs. Und ich dachte so, warum ist die kaputt, wenn so eine Karte auf den Boden fällt? Und warum guckt sich der Mutter diese Karte an? Ja, meine Mutter ist neuerdings interessiert an Harry Potter. Nein, es war auch die Tasse. Ja, okay. Irgendwie hatte ich kein Glück mit Harry Potter-Tassen. Nee, scheinbar. Ich höre Marius schon wieder bis hierhin rülpsen. Wieso tut er da? Es ist einfach, der Raum ist nicht mal nebeneinander, Leute. Es kommt das Wohnzimmer, dann geht man raus in den Flur und vom Flur geht man ins Arbeitszimmer. Ich befinde mich gerade im Arbeitszimmer. Das heißt, die Wände berühren sich nicht mal. Ja, aber vielleicht, da kann der Schall so schön durch euren Flur so wabbern bis an dein Ohr. Und vor allem, du hast Kopfhörer. Und du kannst es trotzdem hören. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Und das ist leider, das macht er jetzt nicht nur, weil ich nicht da bin. Nee, das macht er den ganzen Tag. Ich erzähle dir jetzt was ganz Schlimmes und ich weiß noch nicht, ob ich das reinschneide. Okay. Manchmal, wenn ich irgendwie von der Arbeit komme und ich laufe hier bei uns im Hausflur, also wirklich Treppenhaus, ja, hoch zu meiner Wohnung. Und ich ziehe dann mir dann draußen vielleicht noch die Schuhe an oder bin sogar noch auf den letzten Stufen. Manchmal höre ich Marius dann auch rülpsen. Draußen. Im Flur. Das ist mit ihm. Dann nenne ich mir immer so unsere Arm-Nachbarn. Ist das gesund? Ist er krank? Hat er einen übermenschlichen Rülps-Lunge? Hat er so extra Lungen? Ich glaube tatsächlich, er hat ein Rülps-Problem. Ich weiß auch nicht, was er davon hält, wenn wir das hier so in aller Öffentlichkeit besprechen, die Diagnose stellen. Also wenn es dich beruhigt, Basti rülpst auch in meiner Gegenwart. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Aber es ist schon echt sehr laut bei Marius. Naja. Ja, so jetzt nicht übermäßig laut bei deinem Arbeitszimmer ist, höre ich ihn nicht. Und da ist auch ein Flur zwischen bis zur Küche, wo ich immer aufnehme. Naja. Okay. Männer. Schöner Exkurs. Ja. Ganz toll. Wir sind jetzt bei Shinny. Shinny Popini. Das ist übrigens ihr offizieller Spitzname. Shinny Popini. Falls jemand fragt. Ja. Fun Fact. Ah ja. Bei mir steht übrigens auf ihrem Tresen und nicht auf dem Besen. Im ersten Moment war ich verwirrt. Bei mir auch öfter so. Aber auf dem Tresen reiten würde ich auch eine gute Sache. Ah ja. Wir machen mir gerade Sorgen, dass dein Geklimper da mit der Bürste auf dem Mikro zu hören ist. Nee. Du glaubst nicht, was da alles immer zu hören ist. Also. Okay. Aber irgendwas brauchte ich jetzt in der Hand. Ich nehme was anderes, was keine Geräusche macht. Weil es ganz schlimm ist immer, wenn wir diese Stadtland-Harry-Sachen spielen oder so. Ja. Mit dem Pulli, ne? Tsk, 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 tsk. Ja. Nee, so bitte mit Bleistift. Oder beim Halloween-Quiz oder so war das auch. Naja. Ah ja. Dann besuchen Ginny, Harry und Hermine den Krankenflügel. Ja, eigentlich schon. Das will ich so nicht sagen. Bringen sie ihm auch Blumen mit, dem Krankenflügel. Ja, der hat ja auch viel zu tun in Zeiten wie diesen. Ja, da kann man das schon mal machen. Ginny, ähm, so, nochmal. Ich muss den Satz hier umbauen. Das ist immer nicht so gut. Ginny, Harry und Hermine besuchen Ron im Krankenflügel. Und da sitzen sie so zusammen auf Rons Bett. Und sie, was will ich denn hier sagen? Das verstehe ich auch nicht. Du hast nicht mal erwähnt, warum Ron überhaupt da liegt. Dabei reden die doch über den Grund, warum er da liegt. Ja, manchmal überfliege ich das nur so und dann, es macht hier auch gerade gar keinen Sinn. Und da. Soll ich das vielleicht kurz einleiten? Ja, das wäre vielleicht gut. Weil hier, es ist, es ist wild hier bei mir. Ah ja. Aber Jenny, Jenny, da ist sie wieder. Die sneekt sich auch jedes Mal in der Folge. Ah ja. Ich habe hier auch so einen Müll geschrieben, ne? Weil manchmal denke ich mir so, ich muss nochmal einmal so einen analytischen Gedanken fassen, damit man, weil du machst es manchmal auch, aber bei dir ist das so natürlich in dem Satz drin. Bei mir habe ich hier nur so random unten drunter geschrieben. Ja, und während der Unterhaltung zeigt Jenny eigentlich keine großen Emotionen. Und sie wirkt eher ruhig und abgebrüht. Und das ist so, ja, schön für dich, Jenny. Ja, okay. Das war dein Fazit, deine Analyse. Ja, und das, das ist so, das ist auch so eine Situation, da braucht man das gar nicht. Ja, okay. Aber ich finde es schön, dass du dich da so analytisch mit beschäftigt hast. Ja, manchmal denke ich mir so, ich muss das, weil manchmal machst du so crazy Sachen wie, ja, und so aus der Psychologie weiß man ja, es gibt ja das und das und das und dann denkst du. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das stimmt, aber du machst das manchmal. Ja, das stimmt. Und das passt dann auch so gut da rein. Aber ich wusste offenbar nicht, wann ich in diesem Murks, den ich da vorgeschrieben habe, gut einbringen kann, dass mir aufgefallen ist, dass sie jetzt nicht sehr aufgeregt ist. Hysterisch ist. Ja, genau. Ah ja. Ja, und dann steht ja auch schon das nächste Quidditch-Spiel an. Das geht hier auch zack auf zack, habe ich das Gefühl in diesem Schuljahr. Auch eine tolle Analyse. Das habe ich mir jetzt spontan ausgedacht, das steht da nicht. Wieso ist der Teil der Folge so viel lustiger als das war? Oh Gott, das wird schon wieder so eine 100 Jahre lange Folge. Also, dann, nee, du darfst jetzt nicht mhm sagen. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, das war. Ich schweige jetzt. Ist wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät. Also, dann steht ja auch schon das nächste Quidditch-Spiel an und das ist gegen Hufflepuff. Das ist wieder so random. Ah ja. Ich habe geschrieben, seine Eingeweide tanzen Kognak. Ich glaube, aber es ist irgendein anderer Tanz. Cha-cha-cha oder so. Auf jeden Fall kann man Kognak nicht tanzen, sondern nur trinken. Irgendwas hat der hier wieder geändert. Ah ja. Weil jetzt ist Ginny Pringle like a single. Nee, anders. Single like a single. Ah ja. Harry and Ginny. Harry and Ginny. Da, 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 da. Kennst du das noch? Ist das ein offizielles Lied? Nee. Nein, die hießen irgendwie Voldemort and his friends oder so. Das war so eine Band. Das habe ich dir safe mal so 2007 oder so geschickt. Bestimmt. Es gab auch ein Lied, das hieß Bellatrix Lestrange und das hieß Bellatrix, where you acting Lestrange. Das habe ich schon so oft gesungen, diesen Ausschnitt aus diesem Lied. Bellatrix, why are you acting Lestrange? Und ich finde es so lustig, weil das so witzig ist einfach. Und die hatten eben auch ein Lied, das hieß Harry and Ginny, Harry and Ginny, babababa. Ich liebe es. Und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, aber das war witzig. Und die Band gibt es nicht mehr. Das war früher, wie hieß denn das nochmal? Soundcloud oder sowas. Ach so. Ach Mensch, das ist ja schon 100 Jahre her. Schade. Ach, wir sind alt, Antonia. Das ist ganz schlimm. Ja. Ah ja. In der Zeit esse ich mal Ron. Ja, ich esse Ron. Lecker. Ah ja. Die hat ein Einhorn-Schwanz-Tattoo. Er hat übrigens ein Horn-Schwanz-Tattoo. Ach Ron, ich habe Einhorn-Schwanz. Verstanden. Das wäre auch gut. Oder auch nicht. Oh Gott. Äh. Ah ja. Und ähm. Das kann man eigentlich weglassen. Ah ja. Sie hört aber auf, als die Zentaurin ihren Tribut zollen. Und. Hä? Ich bin selber verwirrt gerade. Aber ich habe geschrieben. Und sie erweitert Harrys Blick, als er seine Freunde anguckt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Erwidert. Ah. Ah ja. Ich habe tatsächlich eine Eulenpost. Tell me lies. Tell me sweet little lies. Also. Thank you. Ichive das. Tschüss. Vielen Dank.